Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Bevor es jetzt mit dem Podcast weitergeht, habe ich noch ein kleines Supplement-Update für euch. Und zwar haben wir aktuell ein paar ausverkaufte Produkte im Shop. Das wird sich ab nächster Woche ändern, denn wir stocken unseren Re-Adapt-Stack, unser Crea-Beta-Stack und natürlich unser Multi-Backup ab nächster Woche wieder auf. Also schnell sein, Freunde, denn wenn aus, dann aus. Und ihr wisst, das sind sehr beliebte Produkte, daher greift zu, seid schnell und jetzt viel Spass mit dem Podcast. Ciao! Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch wie immer zu einer neuen Episode des Gannikus-Podcasts. Heute intern, nochmal eine interne Folge hinterher und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ich jetzt ein paar Tage nicht da sein werde und wir deshalb für euch ein bisschen was vordrehen, selbstverständlich um euch gut versorgt zu wissen. Wir haben uns zwar gestern Abend erst noch gesehen und da war noch alles okay. Trotzdem hoffe ich dir, Marcel, geht's gut und du hast Bock auf ein kleines Q&A heute im Gannikus-Podcast. Ja, mir geht's gut. Gestern, beziehungsweise die letzten zwei Tage waren ja super anstrengend. Wir waren mal wieder im Technikum, um neue Produkte zu entwickeln. Was uns auch gut gelungen ist, sollen wir hierzu ein Update machen oder erst im nächsten Podcast? Wir haben ja, das Problem ist, wenn wir jetzt ein Update machen, haben wir in der letzten Folge auch schon ein Update drin, aber wir können trotzdem eigentlich kurz über den Workshop reden. Das ist ja super interessant. Das hatten wir letztes Mal noch nicht gemacht gehabt. Ja, ich, also für uns ist es ja immer so selbstverständlich, aber man muss jetzt ja mal so sagen, sagen, also ich verfolge jetzt nicht mehr so stark, was andere Firmen machen, aber ich kriege jetzt so, also in meiner Arbeit bei Gannikus habe ich jetzt immer nicht so viel mitbekommen. Was machen eigentlich Firmen, damit ein Produkt auf den Markt kommt? Nee. Habe ich sehr wenig mitbekommen. Sehr selten, ja. Also kann ich jetzt eigentlich, ich habe mal keine Ahnung, im Wesentlichen, Julian Ziedlow hat vielleicht mal so die Samples von dem Lohnhersteller. Ich hätte jetzt fast den Namen gesagt, aber dem Lohnhersteller mal gezeigt und dann haben die daran genippt etc. Aber das ist ja dieses typische Hin- und Herschicken, was wir schon ein paar Mal thematisiert haben. Das machen wir so nicht, sondern wir gehen ins Technikum und tüfteln dann wirklich. Also wir mischen dann die Süßstoffe aus, Aromen etc. Und dann probieren wir da rum und das machen wir dann immer den ganzen Tag. Ist dann auch echt anstrengend, weil wir sind es auch gar nicht gewohnt, ist uns die letzten Tage aufgefallen, so viel zu stehen. Also unsere Arbeit ist ja sitzend und wenn ich mich bewege, dann ist es Sport, Spazieren, ja, so unterwegs sein. Unterwegs sein. Man ist eben unterwegs in der City, natürlich viel Sport, aber so stehen an einem Tisch, das mache ich selten. Und du auch. Und alle, die dabei waren. Ich habe das gemerkt, ja. Und das merkt man dann. Und ich hatte so, was hatte ich dann, so Vapor Max. Ich finde die auch nicht so optimal zum Lange Stehen. Also ich finde es immer krass, wie viele Leute mit Vapor Max Schuhen trainieren. Das ist kein Trainingsschuh, das ist ein Lifestyle-Schuh und die trainieren. Finde ich immer krass mit einem Vapor Max. Würde ich nie machen. Da habe ich gesehen, lange trainieren und lange Autofahren mit Vapor Max ist doof. Sieht zwar cool aus, aber zum Autofahren und zum Trainieren und zum Lange Stehen kein Vapor Max. Ja, jedenfalls waren wir im Technikum, um eben das vegane Protein weiterzuentwickeln und Flavor Powder. Und wir hatten ja im letzten Workshop darüber gesprochen. Also wenn jetzt die Folge kommt, dann ist ja die letzte Folge draußen, oder? Genau, ja. Ja, also dann kann ich es jetzt so auch sagen. Wir haben uns dagegen entschieden, extra Aminosäuren beim veganen Protein zu addieren, aufgrund dessen, dass das Protein schon genügend Eiweiß hat. Es wird nicht das perfekte Aminosäurenprofil haben, wie es beim Whey Protein der Fall ist. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, denn mit dem perfekten Aminosäurenprofil, das würden wir hinbekommen, der Nachteil wäre aber der Geschmack. Es würde deutlich schlechter schmecken, weil viele Aminosäuren einfach sehr, sehr undankbar sind, was den Geschmack angeht. Und daher haben wir gesagt, ganz nach dem Motto vom Burger King, Geschmack ist King, wir lassen die zusätzlichen Aminosäuren raus und haben dann am Ende des Tages ein veganes Protein, das eben richtig gut schmeckt. Das hat jetzt nicht das perfekte Aminosäurenprofil, aber ich denke, die veganen IFBB Pros unter unseren Followern, die werden das verschmerzen können. Wird dafür besser schmecken. Ja, wir hatten ja die Basis des Proteins probiert, unabhängig von Flavoring. Und da hat man einmal die Version gehabt mit Aminosäuren und einmal ohne Aminosäuren. Da muss man schon sagen, selbst ohne Flavoring hat die Basis... Warte mal, mit Zugesetzten. Nicht, dass jetzt Leute denken, unser Protein, was nicht geht, hat keine Aminosäuren. So ist es nicht. Danny, du weißt, du weißt. Ich muss wieder vom größtmöglichen Idioten ausgehen. Das ist halt echt immer schwierig. Nachher nimmt da irgend so ein Klo 44 der Fitnessszene diesen Ausschnitt. Also pass auf, Freunde, wir hatten zwei Versionen vorab getestet. Eine Version war das normale vegane Proteinpulver, das natürlich schon von Natur aus Aminosäuren enthält. Und dann hatten wir das Ganze noch mal etwas gepimpt mit weiteren Aminosäuren. Und die Basis war schon, die war mit Süßstoffen versehen. Und das war schon eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, das war lecker, aber das war jetzt nichts, wo du sagst, möchte ich jetzt so gar nicht trinken. Und dann mit Aminosäuren. Andere hätten das schon so rausgebracht. Als vielleicht, keine Ahnung, Natural, was weiß ich, Geschmack. Ich will jetzt nicht, kann man sagen, was bei uns drin ist? Das ist wahrscheinlich als Vanille oder so. Ja, ganz dezent halt. Geht das dezent schmeckend. Das war ja nur Süßstoff und noch eine extra Zutat, aber die können wir jetzt nicht sagen, weil die ist anscheinend nicht so normal, wie wir das immer dachten. Und das ist die Basis. Und die war dann schon ohne die Aminosäuren, die zugesetzten Aminosäuren, Aminosäuren, war die schon wirklich gut für ein veganes Protein. Ja. Und jetzt haben wir zwei Flavor entwickelt, die man auf jeden Fall, also das ist ja auch wieder so ein Ding, wenn du jetzt überlegen würdest, du würdest das so jetzt rausbringen, wie wir da den Endstand hatten, das ist schon geil. Aber das würden viele Leute sicherlich schon, da wären gar nicht so viele Steps nötig gewesen bei anderen Herstellern, um das so rauszuhauen. Und wir müssen da aber jetzt trotzdem nochmal in die Verlängerung, einfach aufgrund fehlender Rohstoffe jetzt im Workshop. Und dann wird das nochmal geiler. Ich denke mir, so scheiß drauf, wir können es jetzt ja sagen, wie es ist. Also, wir haben ein Schoko-Erdnuss-Karamell, wie ihr das auch vom Verumway kennt. Und das Karamellaroma, das ist so ein bisschen, so ein, das ist schon gut. Und das schmeckt auch schon gut. Also, jede andere Firma hat das jetzt schon rausgebracht. Safe. Die würden sagen, warum sollen wir uns jetzt hier irgendwie noch einen abrackern und wochenlang da rummachen, wegen Aromen, wir nehmen das. Und das ist schon super. Ja, wir haben aber gesagt, das Karamell, das ist noch nicht so, das schmeckt nicht so zuckrig. Ja, das ist noch nicht so, wie bei einem Twix oder Snickers. Es ist so, es ist gut, es ist schon, wie gesagt, jede andere Firma würde sagen, ja, passt, ist schon besser als alles andere. Aber wir sagen, nee, es muss noch dieses i-Tüpfelchen mit dem anderen Aroma, damit es einfach noch perfekter ist. und dasselbe bei der anderen Geschmacksrichtung. Da ist einfach, das Zimtaroma, das ist schon sehr, sehr gut. Mir persönlich ist es aber noch so ein Ticken zu weihnachtlich. Ja. So. Aber jede andere Firma würde sagen, ja, passt doch, ist schon über next level. Ja? Ja. Ja, war auf jeden Fall, muss man sagen, war schon geil. Also ich war sehr, sehr überrascht. Ich war ja zum ersten Mal dabei und habe mir dann auch gedacht teilweise, okay, da kann man jetzt noch mal was machen und noch mal was machen. Das hat auch so meine, meine Sensibilität für das Ganze noch mal gestärkt, weil du ja dann da sitzt und denkst, ja, das ist eigentlich ein geiles, veganes Proteinpulver. Und dann sagt dir jemand, ja, wir können hier noch und dann haben wir da noch Möglichkeiten Rohstoff und dann müssen wir halt noch mal da anpassen und da anpassen. Und das ist halt dann das Ding. Man könnte jetzt sagen, nimmt man so, wir sagen, nehmen wir nicht so, machen wir noch mal weiter, weil dann hat man next level, next level sozusagen. Ja, also ich bin da wirklich, das hast du jetzt ja auch gemerkt, bevor nicht perfekt, ist für mich nicht akzeptabel. Ich bin da, ich glaube, ich bin wahrscheinlich bei, ja, nicht bei allem im Leben so, aber in der Sache, ich denke mir einfach, ey, ich bin jetzt so lange dabei, wir machen das so lange, so intensiv, so straight, so, es muss einfach perfekt sein. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, wenn unser veganes Protein auf den Markt kommt, weil wir als Nicht-Veganer das beste vegane Protein machen. Die sollen, das sollen dann, wenn unser veganes Protein draußen ist, das soll irgendjemand anderes, nicht wir, weil dann ist er nicht neutral, jemand anderes soll auf die Straße gehen, Leute fragen. Die sollen, ich eröffne das Battle, ja, die sollen Sun Warrior, Rocker, ProFuel, alle veganen Companies, sollen sie das vegane Protein nehmen, sollen auf die Straße gehen, die Kamera draufhalten und die Leute abstimmen lassen, welches schmeckt am besten. Es kann natürlich sein, dass mal einer irgendwie, keine Ahnung, wenn er jetzt geschmackliche Präferenzen für gewisse Aromen hat, Vanille, Kirsche, keine Ahnung, und wir haben das nicht, dann, okay, ja, dann wird dir vielleicht irgendwas anderes schmecken. Selbst dann würde er aber sagen, also er würde jetzt nicht sagen, die Sensorik von dem Gannikus-Protein schmeckt mir besser oder finde ich besser, weil ein normaler Konsument, der macht sich jetzt über Sensorik nicht so intensive Gedanken wie wir, der würde einfach sagen, hm, irgendwie ist das beim Trinken angenehmer oder ähnliches, weil unser veganes Protein, es wird nicht so bröselig, ihr habt dann nicht irgendwie den Eindruck, da ist jetzt einer mal mit einem Shaker in Sand, am Strand, ja, so in Sand, und dann wurde da irgendwie Süßstoff reingeklatscht und Flavorpulver und das wurde geschüttelt und dann getrunken, so, ja, so, ihr werdet sehen, das wird ein anderes Mundgefühl haben, das ist die Sensorik, also ein Teil der Sensorik, aber Brief und Siegel gebe ich euch, die Leute werden sagen, das ist so, das ist das Next Level. Ja, das dauert halt einfach und die Frage kommt ja sehr oft, wann kommt das vegane Protein, wann kommt das vegane Protein, ich habe sogar diese Woche eine Mail dazu gelesen im Kontaktformular, dass jemand sich kein neues veganes Proteinpulver mehr kauft, aktuell, weil wir gesagt haben, wir arbeiten da dran, aber das ist halt jetzt so doch aktuell, wie gesagt, noch nicht spruchreif, wann es rauskommt. Genau, dieses Jahr, würde ich sagen, sollte klappen, es sei denn, du hast ja jetzt auch mitbekommen, mit den Rohwaren, Rohstoffen, ist aktuell ein richtiger Struggle, deswegen ist auch bei uns so viel out of stock, wenn jetzt da von den Rohwaren dann am Ende das irgendwie nicht hinhaut, okay, aber wir sind jetzt schon echt in den letzten Zügen, wir müssen jetzt noch entscheiden, machen wir einen Beutel oder eine Dose, kann man auch mal sagen, wie es ist, Beutel machen wir bei Produkten, wo wir einfach wissen, okay, da werden relativ große Mengen verkauft, weil bei Beuteln musst du auch große Mengen abnehmen. Dosen kannst du viel spontaner gestalten, auch viel kleinere Mengen, weil Labels zu drucken, da brauchst du jetzt keine, keine Ahnung, muss wahrscheinlich, so Mindestabnahme sind zehn Label, oder so, vielleicht kann man auch nur eins, ich weiß nicht, aber bei Label kann man wirklich auch super kleine Mengen machen, auch Dosen, kleine Mengen ist kein Problem, bei Beuteln muss man halt immer große Stück zahlen und jetzt muss man ja schon sagen, wir sind jetzt keine, also ich sehe das persönlich so, wir sind jetzt keine Vegan Company, aber ich sehe das schon so als Teil unserer Community und auch als Teil unserer Company, da gehört so Vegan dazu, aber ich kann jetzt nicht abschätzen, niemand von uns, wie gut das dann am Ende bei euch ankommt, weil wir jetzt natürlich nicht irgendwie, wir werden jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken und irgendwelche Schockbilder posten und sagen, kauft unser Protein, veganes Protein, damit ihr euch besser fühlt, damit ihr nicht so schlecht seid wie die anderen oder ähnliches, das werden wir nicht machen, wir werden das so bewerben, für Veganer ist gut, auch wenn du nicht Veganer bist, kann es sein, du wirst es feiern, einfach weil du mal was anderes trinken willst, real talk, ich kaufe mir auch manchmal einen veganen Proteinriegel, weil ich einfach keinen Bock auf diese Molke-Riegel mehr habe, dann nehme ich gerne auch mal, wenn es ein guter veganer Riegel ist, dann esse ich auch den, ich habe damit kein Problem, ich habe auch mal vegane Maultaschen gekauft, fand ich dann aber nicht gut, das war nicht geil bestimmt, da bin ich dann auf die Konventionell, nein, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir das verteufeln, wir sind jetzt auch nicht Markus Rühl und sagen, funktioniert nicht oder sonst irgendwas, so ist es nicht, aber wir sind jetzt auch nicht die, die Obermoral-Aposteln, die versuchen, sich da moralisch auch über andere zu stellen, und dann darüber Produkte zu verkaufen, das werden wir nicht machen, und daher muss ich sagen, es wird sicher ankommen bei euch, aber wie gut fällt mir schwer, weil man muss auch ganz klar sagen, es gewinnt nicht das beste Produkt, also sonst wäre MyProtein nicht die größte Supplement-Firma, nicht falsch verstehen, die machen jetzt nicht nur Quatsch, aber es gewinnen nicht immer die besten Produkte, McDonalds macht bestimmt nicht den besten Burger, Starbucks nicht den besten Kaffee, ihr wisst, was ich meine, so ist es auch bei uns. Es war eigentlich auch schon so eine interessante Challenge, finde ich, also klar, man hat veganes Publikum, hat man sowieso immer, man ist jetzt keine vegan ausgerichtete Company, aber wenn man eben einfach sieht, dass sich so viele so schwer tun, ein gut schmeckendes, auch sensorisch gutes, veganes Protein auf den Markt zu bringen, da fühlt man sich ja schon so auch ein bisschen herausgefordert, um zu gucken, lass uns doch mal schauen, wie bekommen wir das hin, und wir waren ja schon so weit mit diesem veganen Proteinpulver, dass wir angefangen haben, noch weitere Aminosäuren zusetzen zu wollen, weil ja so der Flavor an sich jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, es war keine Arbeit, aber es war jetzt so, es wäre deutlich, deutlich schneller gegangen, wenn man von vornherein einfach gesagt hätte, ja, lass uns das mit den Aminosäuren nicht machen und uns einfach drauf konzentrieren, das geil schmeckend auf den Markt zu bringen. Ja, also da kann man jetzt schon sagen, wir haben sicher ein Vierteljahr Entwicklung jetzt praktisch, ja, weggeworfen, weil das hat's, das war jetzt die Zeit, die es benötigt hat, um das Ganze mit diesen, mit diesen besseren Aminosäurenprofil zu gestalten. Ja, weil das dauert, ja, dann musst du dir noch die Rohware bestellen, et cetera, et cetera, dann musst du noch andere Sachen machen, ich, also nicht falsch verstehen, manche Sachen, die kann ich nicht sagen, weil das ist dann eben schon so das Zünglein an der Waage, was es halt ausmacht, warum das dann so schmeckt, wie es schmeckt. Aber ja, das war jetzt so ein Vierteljahr, wo wir es halt so wirklich perfekt und dann haben wir aber gesagt, ja, okay, vielleicht, wenn es dann vom Aminosäurenprofil nicht perfekt ist, aber dafür vom Geschmack, das ist dann vielleicht wichtiger. Mir hat ein Follower so eine, eine, eine eigentlich coole Nachricht geschrieben, der hat das so ein bisschen anklagend mir geschrieben, was ich jetzt aber nicht schlimm fand. Also ich mag es immer, wenn ihr mir gepfefferte Nachrichten schreibt, ähm, ja, ist ja gut, weil ich brauche jetzt nicht die Schulterklopfer, sondern ich mag es, Denkanstößen zu bekommen. Und der hat mir so gesagt, also er hat sowas anderes kritisiert und dann hat er so gesagt, ja, eigentlich ist so richtig schade, jemand mit deinen Kenntnissen, mit deinem Know-how, mit deiner, mit deinen Kontakten, etc., dass du nicht da mal ein geiles, veganes Protein machst. Ähm, du wirst es, also du, ihr, ihr werdet es wahrscheinlich hinbekommen, aber ihr konzentriert euch, ihr macht da XY, ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, er hat schon recht, ja, also wir sind keine vegane Company, aber wir können wahrscheinlich echt für viele Menschen super Mehrwert stiften, ohne, dass wir da jetzt, ich will jetzt nicht sagen, wir machen das so nebenbei, aber wir machen es nebenbei, ja, das ist so im, im Fluss so, wir nehmen das mit, wir machen das und das ist jetzt nicht irgendwie, äh, zehn, wir brauchen nicht zehn Jahre dafür und dann schmeckt es wie Sand mit Aroma, ja, sondern, das ist so, aufgrund dessen, was wir uns halt aufgebaut haben und es ist ja jetzt nicht nur das Know-how, es sind dann auch die Kontakte, etc., etc., du brauchst dann schon mehr, um so ein Produkt, ähm, ähm, an den Start zu bringen. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich hat er, hat er echt recht. Ja, hat er recht. Ja, haben wir jetzt auch gemacht, das war das eine, was wir noch gemacht haben, du hast es schon angesprochen, war Flavoring-Pulver, da muss man sagen, wir haben die letzten zwei Tage sehr viel Quark gegessen und Toastbrot, aber fürs Flavoring, Flavoring war viel Quark. So viel Quark habe ich schon lang nicht mehr gegessen, da wäre der Johannes Lukas vielleicht neidisch geworden. Du hast gemeint, der isst am Tag zwei Packungen Quark. Ja, also ich glaube schon, ja, ich verfolge das jetzt auch nicht so, akut, dass ich jetzt mir aufschreibe, was Johannes Lukas jeden Tag in seiner Story so zeigt, was er ist, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall, es ist noch im Plan drin, muss man ja sagen. Das allein finde ich schon super faszinierend, weil Johannes ist jetzt, glaube ich, 41, 41, 42, du bist 34, ich bin 31, und ich habe keinen Quark im Kühlschrank aktuell, kann ich dir sagen. Der ist voll. Mein Kühlschrank ist leer, aber auch ohne Quark. Ja, also, wir sind jetzt, glaube ich, beide nicht so die Quark-Fans, was, glaube ich, schon auch oft daran liegt, dass natürlich wir nicht genauso, wir, wir, wir den Quark nicht so gut schmackhaft bekommen. Hm. Und jetzt, den Flavorpulver, den entwickeln wir schon, ja, auf, also, die Quark-Basis ist schon wichtig, beziehungsweise, dass er in Quark schmeckt, denn, erstens, wenn er in Quark schmeckt, dann schmeckt er überall, und zweitens, die allermeisten hauen da ja in ihren Quark-Flavorpulver rein, weil der Quark sonst nicht schmeckt. und daher haben wir jetzt richtig viel Quark gegessen, ähm, es waren fruchtige Aromen dran, ich kann mal so sagen, können wir auch schon raushauen. Ich, ich denke so, das ist doch, das macht doch uns aus, ja, das ist doch am Ende des Tages, was so wir erzählen können, was andere nicht erzählen. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie Influencer, die jetzt dann irgendwie dauernd ihren Handstand posten und sonst irgendwas, sondern, das ist ja, das ist, was uns beschäftigt, das ist, was wir machen und daher sollten wir einfach so das erzählen, was wir machen und denen, denen es interessiert, interessiert es und alle anderen, die können dann sich irgendwelche, weiß ich nicht, was machen Influencer aktuell? TikTok-Videos und sowas angucken. Oder Hub tanzen. Wir haben Mango gemacht und ich glaube, bei Mango, da haben mich alle Beteiligten verflucht, weil, also bei mir ist es so, das kann ich vielleicht mal sagen, wenn ich so einen Geschmack, wenn wir einen Geschmack entwickeln, ich habe immer so eine Vision dann, wie das schmecken muss und bei Mango war für mich klar, das kann jetzt nicht so eine dunkelgelbe Mango sein, es kann aber auch nicht so eine grüne Mango sein, sondern es muss eine Mango sein mit einem perfekten Reifegrad. Ich mag es nicht, wenn die Mango so super noch relativ grün ist und so sehr fest, ich mag es aber auch nicht, wenn die Mango so sehr matschig ist und dunkelgelb, sondern es muss wirklich so schönes Gelb, perfekte Bissfestigkeit etc. Und so musste dann auch das Mango-Aroma sein. Wir haben lange rumgetüftelt, wir wollten dann auch Mango, echte Mango-Stückchen drin haben, haben wir auch im Entwicklungsprozess gehabt. Man muss aber sagen, die Mango-Stückchen, das sind halt so getrocknete Mango-Stückchen und das ist dann so suboptimal, weil das reagiert ja dann auch mit dem Quark, mit der Flüssigkeit etc. Und das ist dann eigentlich, du hast dann nur noch so im Quark lätschige Mango. Ja. Und das fand jetzt niemand so wirklich cool. Da haben wir gesagt, okay, wir lassen das mit der Mango, mit der echten Mango, mit den Mango-Stückchen, aber wir verwenden dafür Mango-Pulver. Und diese Mango-Pulver, das ist auch sehr teuer, das könnt ihr gucken, ihr habt alle Flavor-Pulver zu Hause, nehmt man die ganzen Frucht-Flavor, die ihr habt, guckt mal, ob da von der Frucht das Pulver drin ist. Wird wahrscheinlich nicht so sein, der Grund ist ganz einfach, teuer. Kostet immer mehr Geld. Aroma ist immer günstig, echtes, alles was echt ist, kostet immer viel Geld. Deswegen Süßkartoffelmehl im Maximus, teuer. Instant-Reis, teuer. Warum echt? Genauso Fruchtpulver von der jeweiligen Frucht, immer teuer. Auch im Bananen-Flavor haben wir echtes Bananen-Pulver drin. Kostet immer viel, sorgt aber dafür, dass einfach der Geschmack besser ist. Und das haben wir jetzt auch so gemacht. Ich habe ja auch jetzt schon Banane angesprochen. Banane auch so ein Ding. Also ich glaube, Banane hat noch länger gedauert als Mango. Bei Banane haben wir, glaube ich, bestimmt zweieinhalb Kilo Quark allein weggemacht. Und man muss überlegen, so für jede Mischung, die man da so ein bisschen rumtüftelt, nimmt man auf jeden Fall eine Packung Quark. Könnt ihr euch dann mal überlegen. Eine kleine. Ja, eine kleine. 250. 250. Genau. Und da haben wir schon so, ich weiß gar nicht, ob zehn Packungen reichen, weil das 2,5 Kilo wäre drin. Mehrere von diesen Paletten da. Ja, da haben wir schon. Also nur für Banane, ich glaube, nur für Banane haben zehn Quarkpackungen nicht gereicht. Ja. Aber auch hier, wir haben Rum wirklich ganz, also sehr intensiv. Aber es muss einfach perfekt werden. Und daher, ja, sehr intensiv, die letzten zwei Tage intensiv. viel Quark, viel Toastbrot zum Neutralisieren, immer Wasser, Toast. Ja, ja, du hast es schon angesprochen, der Follower hatte dich darauf hingewiesen, beim veganen Protein, das war jetzt so meine Überleitung zu unseren Fragen, dass wir das ja machen können, was uns denn ausmacht. Das ist so eine Frage, die wird wahrscheinlich so im Laufe unseres Q&As kommen. Ich würde auf das Q&A zu sprechen kommen, wenn du nicht noch irgendwelche Insights teilen möchtest, die wir teilen müssen. Ich glaube, sonst wird es zu detailliert und eventuell verplappert man sich dann doch, was wir so reingemacht haben, was wir so versucht haben. Und, ja, ich glaube, ich habe, eine Sache habe ich noch. Und zwar, wir haben dann auch noch an der neuen EAA-Geschmacksrichtung gearbeitet. Ja. Die haben wir dann verworfen, dann haben wir was anderes gemacht. Aber das war, ich, man muss dann, wenn du so lange, so viele, also Produkte entwickelst, dann brauchst du auch so ein bisschen Abstand und musst sie dann nochmal ein paar Tage später verkosten. Das werden wir jetzt auch machen. Daher wegen EAA will ich gar nicht so viel sagen. Aber, wir haben in der Schublade, wir haben eigentlich, wir haben jetzt drei Geschmacksrichtungen draußen. Wir haben nochmal zwei, drei Geschmacksrichtungen. Die sind fertig. Wir haben die nur noch nicht rausgebracht. Und eine davon ist Kiwi-Stachelbeere. Und jetzt mal haut's in die Kommentare, weil das würde mich interessieren. Dieser Geschmack ist einfach, ich weiß, ihr habt noch nie irgendwas, auch ich hab noch nie irgendwas mit Kiwi-Stachelbeere getrunken, gegessen oder sonst irgendwas. Aber dieser Geschmack ist einfach unfassbar geil. Wir haben ihn nicht rausgebracht, weil ich gesagt hab, ey, das ist zu neu, zu fresh, zu out of space. Keiner, dass das schmeckt, das glaubt uns keiner. so. Also man muss einfach, das ist so, leider ist es so, du musst echt wirklich auch gucken, dass du nicht zu sehr immer deiner Zeit voraus bist, weil dann, also viele checken das nicht, die sind nicht offen genug dafür, die warten dann lieber noch, die setzen dann lieber auf bewährtes. Ähm, aber mich würde jetzt mal interessieren, wer, also wer jetzt mich kennt, nicht persönlich, sondern die Gannico Story, der schon die ganzen Booster-Berichte kennt, etc. Der bisher so etwas darauf gegeben hat, wenn ich gesagt hab, das schmeckt, dann hat er das gekauft und es hat ihm geschmeckt. Diese Leute, die frage ich jetzt alle anderen, euch frage ich nicht. Kiwi-Stachelbeere, wirklich bombastisch, ja? Ist das ein Flavor, wo ihr sagt, er aß, geil? Oder sagt ihr, das ist irgendwie, ich, ich nehme dann doch lieber Pfirsich-Eistee. Weil wir müssen es nicht rausbringen, wenn es, wenn der Bedarf nicht so hoch ist. Also wenn, wenn es am Ende ein Ladenhüter bleibt, dann finde ich zwar schade, aber es ist ja immer ein gewisser Wareneinsatz, kostet alles Geld. Wenn ihr aber sagt, ey, wenn ihr sagt, das ist geil, ich meine, ihr habt auch Butterkeks gebracht und das hatte, niemand hat Butterkeks so, also Butterkeks ist unser Nummer eins, way. So, bei niemandem ist Butterkeks Nummer eins, way. Bei überall ist es sonst Schokolade, bei uns Butterkeks. So, warum? Weil, es wird einfach, immer mehr Menschen probieren das, immer mehr Menschen haben das getestet und immer mehr Menschen kaufen das dadurch. Ich gebe euch Brief und Siegel bei Kiwi Stachelbeere, das ist Butterkeks Level. Aber ihr müsst sagen, ist das cool oder sagt ihr, dass Marcel, vielleicht in zwei Jahren. Ja, also ich werde die Pfirsich Eist ja eher es trotzdem weiternehmen, weil die sind ja auch geil, aber ich gebe dir schon recht, das ist so ein bisschen, du musst aufpassen, dass du so genau dieses Zwischending findest zwischen Altbewährtem und Innovation, weil man muss schon sagen, da haben ganz viele Hersteller in der Vergangenheit sehr, sehr viel kaputt gemacht, dadurch, dass da eben drauf stand, gut, Kiwi Stachelbeere stand da nirgends drauf, aber wenn es draufgestanden wäre, dann hätte es nicht so geschmeckt, das muss man sagen und wir müssen jetzt wieder anfangen, uns das so zu erkämpfen, dass auch wirklich unsere Flavors so schmecken, wie wir sie benennen und jetzt ist so langsam, glaube ich, das erreicht, dass die Leute checken, ja, wenn wir draufschreiben, Butterkeks, dann schmeckt das nach einem Butterkeks, wenn da draufsteht Cherry Cola Candy, dann schmeckt das nach Cola krachern und das ist halt genau das und irgendwann ist so klar, okay, Kiwi Stachelbeere, wenn jemand jetzt einen Kiwi Stachelbeere Geschmack trifft, dann schmeckt der bestimmt geil, und dann trauen sie uns das zu und dann holen sie es auch, ich denke schon, dass das funktionieren wird, aber man musste schon dafür kämpfen, weil ganz am Anfang hat man ja auch gesagt, Bananen, noch ein Bananen-Way, ich habe schon so viel Bananen-Way gesoffen, alles hat immer scheiße geschmeckt und jetzt, wir haben ja immer unsere Meetings, kann man vielleicht mal so ein bisschen interner raushauen, wenn man dann so montags das Gesamtmeeting macht und die Katrin von den Warenbeständen berichtet, da ist jetzt gerade ganz oft unter den Ways Banane sehr weit oben. Top 5, also bei den Ways Banane ist bei uns vorne mit dabei, das Ding ist auch, wir können das jetzt so entspannt erzählen, weil bei allen anderen schmeckt Banane widerlich, das wird bei denen nie in den Top, also teilweise sogar Top 3 bei uns Bananen-Milch, ja, gerade in den letzten Wochen, ähm, daher, ja, hast du recht. Ja, das zum Supplement-Update, wollen wir mit den Fragen beginnen, ich habe 12 rausgesucht heute, also es wird, wird abwechslungsreich, es ist ja eine Q&A-Geschichte heute und, ja, da muss man nicht immer so stur auf Kraftsport, wobei die erste Frage ist, trotzdem dann irgendwo Kraftsport, verwandt, du wirst dich wundern, was ich dich jetzt fragen werde, und zwar, Yannis Antetokounmpo, das ist sehr schwierig auszusprechen in den, äh, USA, also in der NBA sagen sie immer nur, Yannis, das auch, äh, jeder weiß, wer gemeint ist, ist ja ein Griechen mit nigerianischer Abstammung, auf jeden Fall der gute Yannis, hat gerade mit den Milwaukee Bucks die NBA Finals gewonnen und wurde zum MVP gekrönt, Frage an dich, welche Rolle spielt Kraftsport für seinen physischen Spielstil, also jeder, der jetzt ein Bild vor Augen hat, der wird sich denken, gut, der wird jetzt kein Bodybuilder, aber das ist schon eine Kante, der Typ. der ist, hat einen sehr, sehr athletischen, muskulösen Körper, für einen NBA-Spieler ist er sehr muskulös, also ich bin NBA-Fan, ich bin jetzt kein Experte, aber natürlich ein langjähriger Fan, und es gab ja in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler, die aufgrund ihrer Physis eine gewisse Spielart sich leisten konnten, und ohne diese Physis wären sie nicht so starke Spieler gewesen. Bestes Beispiel, Shaquille O'Neal. Einfach unfassbar groß, unfassbar schwer, aber der war ja immer so ein bisschen leicht chubby, also das war jetzt, der war schon stabil, aber war jetzt schon eher so der Bodybuilder in der Off-Season. Und dadurch, dass er einfach unfassbar groß und unfassbar viel Masse hatte, auf der Center-Position, konnte er eine gewisse Spielweise haben, die jetzt andere Spieler, die 30 Zentimeter kleiner gewesen sind, die konnten diese Spielart nicht haben, weil sie diese Physis nicht hatten. Und ich würde jetzt mal sagen, dass es bei dem Giannis genauso ist. Das ist jetzt einer, der jetzt eigentlich von der Grundvoraussetzung her gar nicht so ein krasser Spieler wäre, aber aufgrund dessen, dass er unfassbar hart an sich gearbeitet hat, sowohl spielerisch als auch an seiner Physis, konnte er dann durch seine Physis dann auch eine Spielweise sich aneignen, die super unkonventionell ist, die halt sehr, sehr körperbetont ist. Und aufgrund dessen, dass er halt nicht irgendwie so ein zwei Meter groß, 100 Kilo schwer, also das ist ja so, das wäre dann schon so gut. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was für Masse er hat. Muss ich dazu sagen. 2,11, aber ich weiß nicht, wie viel er wiegt. Ja, also er ist einfach sehr massiv für seine Verhältnisse. Und dadurch hat er, oder kann er eine Spielweise haben, die unkonventionell ist. Und das ist so, würde ich sagen, der typische Fall von Stärken, Stärken. Es ist ja so sehr, sehr schwer, das immer so auf sich zu übertragen oder das sind so schöne Instagram-Sprüche, aber jetzt mal Real Talk, jeder, der jetzt zuhört, wer stärkt denn seine Stärke? Wo hat jetzt irgendjemand seine Stärke voll gestärkt und ist dadurch, hat dadurch einen Vorteil in seinem Beruf, im Wettbewerb, beim Mädels klären, im Gym, egal wo. So, wer stärkt seine Stärke? Macht ja kaum einer. Gibt ganz wenige. Weil man muss dazu sagen, du zahlst dann auch immer einen relativ hohen Preis dafür. Beispielsweise dieser Fahrradfahrer, mit dem Johannes Lukas immer unterwegs ist, mit diesen unfassbar fetten Beinen. So, stärken, stärken. Der ist auch nicht groß. Nee, nee, groß ist er nicht. Dafür quadratisch was mit seinen Beinen. Genau. Und seine Beine, bam. So war es der Nachteil. Du hast halt solche fetten Beine. Aber dafür ist er halt unfassbar guter Rennradfahrer. Und der Giannis, der hat das eben hinbekommen, dass er wirklich seine Stärke gestärkt hat, dadurch sehr unkonventionell spielen kann und durch seine Unkonventionalität schwer auch zu verteidigen ist. Und jetzt ist es so, dann sagen Leute, ja, der macht immer dasselbe, der zieht halt zum Dank. Ja, okay, mach's nach. Ja, erinnert mich so an, an, wie hieß der, Arjen Robben. Da haben auch alle gesagt, ja, der macht ja immer dasselbe. Ja, okay, aber warum machen es die anderen nicht und sind genauso erfolgreich? Und so ein bisschen erinnert mich das an den Giannis. Der hat so eine gewisse Art zu spielen. Ähm, was ich bei dem halt richtig, richtig krass finde, das ist ja schon eine unfassbare Journey, die der durch hat. Von griechischen, echt ungünstigen Verhältnissen und jetzt zum MVP, der einfach unfassbar auch dominiert hat. In einem Spiel 50 Punkte, das, also seine, äh, Zahlen, die er abgeliefert hat, ja, wie viele Blocks, Steals, etc. extrem geiler Spieler. Und, um jetzt nochmal so auf dieses Bodybuilding zu kommen, der hat halt, also, in den USA generell, in den Sportarten, ist es ja schon so seit Jahren üblich, dass sie auch an ihrer Physis arbeiten. Das ist jetzt nicht irgendwie der erste Spieler, der auch mal irgendwie einen Kraftraum von innen gesehen hat. Das ist ja dort schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahre normal. Ähm, was halt nicht normal ist, in dem Fall, dass jemand das auf so eine gewisse Spitze treibt und dadurch dann aber extrem gut ist. Und bei ihm ist es jetzt halt so, die ganze Welt guckt drauf, weil er hat jetzt die NBA Finals gewonnen und ist MVP. Mehr geht nicht in dem Sport. Ja, also in dem Sport ist so, WM ist dort nicht so viel wert wie NBA Champion und MVP. Das ist so das Höchste. Und er hat das eben auch mit, also, es ist nicht die einzige Komponente, ja, der kann ja auch Basketball spielen, ja. Ähm, aber das ist schon eine super, super wichtige Komponente. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das in Zukunft, ähm, ob wir das noch öfters sehen können. Äh, vielleicht auch noch da abschließend gesagt, der hat halt auch eine Mega-Genetik. Ja. Also, wenn du dir die ganzen, die Muskeln anguckst, der könnte jetzt auch locker, also, wenn der irgendwie einen halben Meter kleiner wäre, der würde jede Bodybuilding-Bühne in Deutschland rocken, ohne dass er viel macht, weil der hat einfach, das ist diese typische, ist ja nigerianische Herkunft, ja, westafrikanische Genetik, das ist halt für Muskelaufbau, das ist der, die Oase, ja, wenn du dort herkommst, dann hast du's. Übrigens, ähm, es ist jetzt kein Garant dafür, dass du extrem geilen Body hast, weil, also, ich bin ja halb Afroamerikaner und meine schwarzen Vorfahren, die kommen auch aus Nigeria. Ich hab mal so einen DNA-Test gemacht, da hab ich das dann, ähm, gesehen. Aber ich würde sagen, nicht immer sage, ich hab so eine mittelmäßige Genetik. In den Beinen sehr gut, Oberkörper mittelmäßig. Ja, also es ist kein Garant. Wie jeder, wie jeder hat halt, du hast halt auch deine Stärken, bei dir ist halt dann leider zu viel Europa durchgekommen, in der Muskelaufbau-Genetik. Im Oberkörper, ja, in den Beinen nicht. Im Oberkörper, das ist halt okay, ist Mittelmaß, aber jetzt nicht dieses, ja. Ja. Nächste Frage, habt ihr Angst vor den Produkten anderer Hersteller? Ihr seid ja sehr transparent und bietet damit theoretisch die Vorlage, sich Dinge abschauen zu können. Also jetzt haben wir, wenn der Podcast kommt, ist August. Jetzt haben wir seit über eineinhalb Jahren Produkte draußen und ich hab jetzt noch nie gesehen, dass Produkte nachgemacht wurden. Was, was so manchmal geklaut wird, sind so gewisse Slogans oder Auslobungen, wie wir Produkte ausloben, was dann aber oft nicht stimmt bei anderen. Aber jetzt grundsätzlich hab ich da nicht so Angst davor. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Ich hab das ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Bei uns ist der Idealismus sehr, sehr hoch. Bei anderen nicht. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, Marcel ist ein Schwätzer, aber jetzt guckt halt, also man braucht natürlich jetzt schon auch ein gewisses Know-how, um das einordnen zu können, aber jetzt guckt euch mal Weight Gainer von anderen Firmen an. Und dann guckt euch den Maximus an. Und du machst es halt wirklich nur, wenn du ein gewisses Ideal von Produkten hast. Und wenn die einzige Maxime in deinem Unternehmen ist, Hauptsache viel Geld verdient, egal wie, dann wirst du nicht solche Produkte machen. Und da das ja bei den, ich würde sagen, allermeisten der Fall ist, seh ich das entspannt. Also, ihr dürft ja nicht vergessen, ich hab ja die Szene sehr, sehr gut kennengelernt. Ich hab die ganzen Firmen kennengelernt. Wir haben mit allen Firmen, mit allen relevanten Firmen zusammengearbeitet. Ich kenn die alle. Das ist jetzt nicht irgendwie, hören und sagen, nein, ich kenn die. Ich weiß ja, wie die sind. Ich weiß ja, wie die früher zu uns waren, wie die zu mir waren, was sie erzählt haben. Das ist ja jetzt nicht vergessen, nur weil wir ein Galenicus machen. Und ich weiß es. So, ich kenn die Geschichten. Ich weiß ja, was die auf die Produktkritik gesagt haben. Ja, Marcel, wir wollen aber Geld verdienen und bla und blub. Und ja, das kostet dann 13 Cent mehr, dann ist die Marge nicht so gut. Also, das ist ja jetzt nicht, ich rede jetzt nicht über irgendwelche Anonymen. Ich kenn die. So, und daher, ich kann euch verstehen, ihr kennt die nicht, ja. Ihr wisst nicht, wie der Chef von ESN aussieht. Ihr habt keine Ahnung, wie der Chef von All Stars, Peak oder sonst so aussieht. Ihr kennt die nicht. Ich kann das verstehen. Ich war ja in derselben Situation. Ich dachte auch, das sind bestimmt voll die Fitness, Bodybuilding Fans und die sind so wie ich und die machen auch immer ihr Porridge damit. Und wow, wenn du dann eine eigene Firma hast, ja, die nehmen bestimmt auch den Booster mal. Nein, nein. Irgendwann. Also, da werde ich mal so, jetzt sind ja gerade so Bücher und Hörbücher von so Personalities im Trend und dann packen ja viele auch so alte Geschichten aus. Werde ich auch mal machen. Und dann werde ich euch da mal erzählen, wer da über die, es gibt eine Firma, die hat viele Hardcore Booster verkauft. Der Chef hat zu mir gesagt, als ob er so ein Zeug saufen würde. Wir haben es alle gekauft, auch ich, wir haben es alle gekauft, wir haben es alle getrunken, wir haben es alle gefeiert. Der Typ hat gesagt, ich will doch keinen Herzkasper bekommen, als ob ich so einen Scheiß saufen würde. Daher, ich sehe es entspannt. Ja, Punkt. Ja, die letzten anderthalb Jahre zeigen ja, dass man gar keine Angst haben braucht und prinzipiell ist Angst ja ein super, super schlechter Berater und der wirkt immer mega hemmend, wenn du so Angst eingeflößt, versuchst irgendwelche Moves zu machen, machst du am Ende keine Moves. Du lässt es eigentlich bleiben. Ja, genau. Also dann müsste man ja so sagen, okay, ich weiß zwar, ich bin voll geil und ich kann das voll gut, aber ich mache es nicht, weil ihr könntet dann ja mich nachmachen oder das, was wir machen, nachmachen und deswegen mache ich das nicht. Ja, fange ich gar nicht erst an. Ja, also beispielsweise jemand sagt, ja, ich bin schon der stärkste Mann der Welt, aber wenn ich das jetzt so auf einem Wettkampf zeigen würde, dann könnten ja andere kommen und die Technik sich abgucken und dann könnten die vielleicht auch so stark werden. Nein, die anderen, die werden nicht so wie wir. Ich habe davor keine Angst, die werden nicht so. Ja, also wenn wir jetzt Strongman wären, ich weiß, die anderen, die können nicht so stark werden. Warum? Weil wenn wir, die sind nicht bereit dafür, für den Preis zu bezahlen. So, all das, all dieser Idealismus, man muss das ja immer ganz klar sagen, der erfordert ja einen gewissen Preis. Es ist einfacher, wenn du gewisse Strömungen mitnimmst, die jetzt aktuell da sind. Es ist einfacher, wenn du dann irgendwie, wenn du dein veganes Protein verkaufst mit erhobenem moralischen Zeigefinger. Es ist einfacher, als zu sagen, ich bin kein Veganer, trotzdem mache ich es und es ist geiler als euers von euer Moral-Apostel-Produkt. So. Du machst dir, das kommt nicht so gut an. Das weiß ich schon auch. Also ihr dürft nicht denken, wir sind uns dessen nicht bewusst, aber das Ding ist ja, Danny ist bei Gannikus, weil es ihm ja um den Spirit geht. Es geht ihm ja nicht darum, Hauptsache irgendwas mit Fitness zu arbeiten. Kann auch bei McFit Trainer sein. Oder Shakes machen. Nichts jetzt gegen McFit Trainer. Du bist ja auch bei McFit Trainer, weil du sagst, ich will Leute trainieren und nicht Hauptsache irgendwas mit Fitness. Nein. Deine Passion ist das. Und wir haben ja auch eine gewisse Passion und daher, ich sehe das super entspannt. Frage Nummer drei. Wenn Gannikus kein Erfolg geworden wäre, hättet ihr einen Plan B beziehungsweise würdet ihr in eure alten Berufe zurückkehren? Danny, du darfst anfangen. Ja, wir hatten, ich habe das, glaube ich, am Donnerstagabend beim Essen gesagt. Also alles hat natürlich seine Grenzen. Ich kann jetzt nicht irgendwie jeden Tag 24 Stunden für Gannikus arbeiten, aber ich würde im Leben, wenn, selbst wenn ich hier jede Woche 70 Stunden, 80 Stunden abspulen würde, ich würde als Alternative nie im Leben mehr in den alten Job zurückgehen. Also wirklich weder in den Job noch in die Branche, im Leben nicht. Nein. Und Plan B ist ja genau dasselbe wieder, wie wir gerade hatten mit der Angst. Wenn du Plan B machst, hast du Angst. Ich hatte keinen Plan B, als ich bei Gannikus angefangen habe. Ich habe zu dir gesagt, pass auf, ich habe da Bock drauf, das muss aufs Konto kommen und nicht, das möchte ich aufs Konto haben, weil dann kann ich noch dreimal im Jahr im Urlaub, sondern ich habe gesagt, das brauche ich, um zu überleben und dann lass uns was Geiles machen. Ich habe, ich check die Vision, ich habe Bock drauf und da habe ich nicht gesagt, ja, wenn das nicht klappt, dann gehe ich eben dort wieder zurück oder dann fange ich eben wieder in der IT an oder ich arbeite bei McFit als Trainer. Habe ich ja nicht gesagt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das jetzt dort ist, wo es ist, weil du auch nicht gesagt hast, ja, Plan B, dann macht man halt was anderes. Klar, wenn es nicht klappt, muss man was anderes machen, aber es ist früh genug, darüber nachzudenken, wenn es dann wirklich nicht geklappt hat. Ich denke, wenn du, also du hast ja so eine gewisse Wahrnehmung, ein gewisses Empfinden und wenn du irgendwie gespürt hättest, das, was ich damals zu dir gesagt habe, da ist so irgendeine Unsicherheit oder ich bin da nicht so 100% überzeugt, dann hättest du auch nicht gesagt, okay, ich schließe mich da an. Also wenn du irgendwie gedacht hättest, da gibt es einen Plan B, dann hättest du dich sicherlich nicht angeschlossen. Und dementsprechend kann ich die Frage auch so beantworten. Ich habe das wirklich für mich niemals, das war nie ein Gedanke von mir, dass es irgendwie nicht klappt, sondern für mich war immer klar, wenn ich alles, was ich habe, für die Sache gebe, klappt das. Und ich meine jetzt wirklich alles, 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 alles an Geld, alles an Energie, alles an Zeit. Und das habe ich gemacht und dementsprechend, ja, ist auch alles gekommen. Ich kann euch aber sagen, es musste wirklich alles her. Also das war jetzt nicht so Spaziergang und irgendwie jetzt ist cool zu sagen. Nein, wirklich alles. Daher, nein. Also ich bin auch kein Fan von irgendwie Versuchen oder so. Für mich gibt es, allgemein bin ich oft so ganz oder gar nicht. Und so war das auch bei Gannikus. Natürlich habe ich dann auch irgendwie nebenbei irgendwelche Sachen gestartet, ausprobiert, etc. Aber es war nie aus so einem Plan B Gedanken, sondern nur, weil ich dachte, ich finde das auch cool und ich habe noch mehr Energie oder eine andere Energie. Ja, man muss ja schon auch ganz klar sagen, Gannikus ist halt super, super Fitness lastig. Und Fitness ist geil, machen wir gerne. Aber wir haben ja jetzt auch nicht immer nur Fitness in der Birne. Und dann beschäftige ich mich natürlich auch gerne mit anderen Sachen, die nichts mit Fitness zu tun haben. Aber es ist nie für mich so ein Plan B Gedanke. Frage Nummer vier. Vielleicht, warte kurz. Für mich ist auch nie, ich will auch nie zu etwas zurück. Also das ist bei mir auch nie, sondern für mich ist eigentlich, das ist so der Sinn des Lebens, immer so nach vorne und nach oben zu fallen. Also für mich ist ganz, ganz seltsam, wenn Leute irgendwie über eine Zeit sprechen, die irgendwie sieben Jahre oder zehn Jahre zurückliegt und dann sagen, boah, das war so schön, in der Zeit wäre ich gerne wieder. Das ist für mich, also ich kann das gar nicht, ich habe so ein Empfinden nie. Natürlich gibt es so aus gewissen Zeiten gewisse Gefühle, die man hatte, die man schön findet, aber als gesamt, wie soll ich sagen, gesamte Lebenssituation, das habe ich nie. Also ich denke auch nicht, oh voll cool, damals mit 18 im Club und sonst irgendwas. Nein, war richtig scheiße, so zu Lidl gehen, Fürst Uranoff 499 Vodka mit Orangensaft zum Vortrinken und ich habe so ganz vieles nicht so machen können, wie ich es gerne gemacht hätte, weil ich nicht den Mut hatte, nicht die Kapazitäten, nicht die Leute gekannt habe, etc. selber noch viel zu klein gedacht habe. Das ist nicht so. Natürlich gibt es so Komponenten oder so Teile, wo ich denke so, ja Mensch, das war damals cool, aber es ist nie so, dass ich mich, dass ich, wenn ich in die Zeit zurückreisen könnte, dass ich dann das in dem Sinne machen würde. Natürlich, ich würde in, keine Ahnung, ich würde zur 100 Jahre zurückreisen, um zu gucken, ey, wie war damals die Welt, wie war das so im Dritten Reich, war das so krass, etc. Waren da die Menschen so bekloppt? So, das würde ich mir schon alles so angucken, aber nicht jetzt nochmal zurück, boah, mit 15 war mein Leben viel geiler. Nein, mein Leben, also mein Anspruch an mein Leben ist, dass es mit immer geiler wird und das wird es zum Glück auch. Dafür tue ich viel und dementsprechend ist es für mich auch nie, also ich habe ja Gannikus gemacht, damit ich nicht mehr das machen muss, was ich mal gemacht habe und daher wäre das für mich, also ich hätte dann auch, ich wäre dahin nicht zurück, sondern ich hätte dann etwas anderes gemacht, aber ich habe mir sowas auch nie, nie, nie gedacht. Frage Nummer 4, wie oft trinkt ihr Alkohol? Das ist, glaube ich, eine Frage, die daher rührt, dass du in letzter Zeit des Öfteren mal ins Glas geguckt hast, wenn man es nett sagen will. Ja, also auch da kannst du ja was dazu sagen, wie es bei dir ist. Ich glaube, das kommt so sehr, sehr stark auf das Umfeld an und was man mit, wie oft trinkt ihr Alkohol, meint, wenn du das jetzt wirklich wortwörtlich meinst, wie oft man Alkohol trinkt, ist das ja auch schon, wenn man sich ab und zu mal ein Bier trinkt und das habe ich zum Beispiel am Donnerstag beim Essen abends gemacht, da gab es ein Steak, habe ich ein Weizenbier dazu getrunken und ich habe mich gut dabei gefühlt, kein Alkoholfreis, ich habe mich gut dabei gefühlt, hat auch keiner blöd geguckt, weil man einfach mit Menschen unterwegs ist, die auch checken, man kann nicht 24-7 diesen stumpfen Bodybuilding und Fitness-Lifestyle leben und wenn man Bock hat, ein Bier zu trinken, trinkt man Bier, ich trinke auch mal 6, ich trinke aber auch mal ein halbes Jahr vielleicht gar nichts, wenn ich keine Lust drauf habe, das ist so super situativ und eben auch darauf bezogen, mit welchen Menschen du unterwegs bist, aber ich kann das gar nicht so genau sagen, wenn ich Lust drauf habe, dann mache ich es, genauso wie wenn ich Lust drauf habe, einen Burger zu essen, dann esse ich den, wenn ich dreimal die Woche Lust habe, einen Burger zu essen, dann esse ich den, weil ich weiß ganz genau, es kommt die Zeit, wo ich da keine Lust drauf habe, dann habe ich Bock, einen Salat zu essen und das ist so wichtig, dass ihr euch wahrhaftig die Frage stellt, habe ich da jetzt gerade Bock drauf, wenn ja, dann mache ich es einfach, sonst kannst du immer sagen, ich habe Bock auf einen Burger, jetzt habe ich wieder Bock auf einen Burger, nee, du hast nicht immer Bock auf einen Burger, du hast wirklich auch mal Bock auf einen Salat und das haben die meisten sich, das haben die nie gehabt oder sie haben es verlernt, weil sie sich das stumpf einprogrammiert haben, die ganze Zeit, Puder, Reis und Brokkoli und Wasser ohne Kohlensäure und ohne Geschmack, weil da ist ja eventuell noch ein Süßstoff drin und so weiter und so fort, also wie oft trinkt ihr Alkohol auf mich bezogen, wenn es Bock macht, wenn ich Lust drauf habe. Ich sehe das ähnlich, also ich hatte auch Phasen in meinem Leben, also nach so diesen, dieser Hardcore, ich nenne es jetzt mal Jugendlichen, Partyzeit, so von 16 bis Anfang 20, keine Ahnung, 21, 22, vielleicht ein bisschen älter, dann hatte ich so die Fitnessphase, wo ich dann auch mir das oft so verboten habe, dann hatte ich eine Phase, wo ich so keine Lust drauf hatte, einfach weil geschmacklich hatte ich keinen Bock drauf und auch so, ich war jetzt nicht in der, ich war nicht auf den richtigen Partys, sagen wir es so. Jetzt ist es so, es gibt ja dieses alte Sprichwort, man muss die Feste feiern, wie sie fallen und wenn ich jetzt eine coole Party sehe und da das für mich einfach der Vibe ist, wo ich denke, das fühlt sich jetzt gut an, wenn ich trinke, dann trinke ich. Das war jetzt im letzten Vierteljahr öfters der Fall, aber jetzt ist zum Beispiel auch, jetzt bin ich wieder hier in Berlin und dann ist so der Vibe ein anderer und ich gehe jetzt nicht in den Mauerpark und trinke da Bier oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin auch nicht so ein Feierabendbier oder mal beim Grillen oder so, vielleicht mal Radler oder so, weil mir das wirklich schmeckt, aber dann, ja, dann denke ich auch so, irgendwie brauche ich es nicht und ich bin eigentlich so ein Partytrinker. Ich bin eher Partytrinker, ist die richtige Party, dann trinke ich, ist nicht die richtige Party, trinke ich nicht und wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht auf die richtige Party komme, dann kann es sein, ich trinke ein halbes Jahr kein Alkohol oder ein Jahr. Also ich hatte auch schon Jahre in den letzten fünf Jahren, da muss ich auch sagen, also vor fünf Jahren habe ich kein Alkohol getrunken, weil für mich ganz klar war, nein, Samstag morgens, fünf Uhr aufstehen, Sonntag morgens, fünf Uhr aufstehen, fünf Uhr aufstehen, immer fünf Uhr aufstehen, trainieren, arbeiten. So, da gab es keinen Platz für Alkohol. Jetzt ist immer noch viel arbeiten, aber nicht mehr ganz so verbissen und jetzt sage ich eben, wenn es sich ergibt, wenn es für mich passt, sich gut anfühlt, mache ich es, wenn nicht, dann nicht und ich bin da ganz entspannt mittlerweile. Ich habe, das habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ich habe das bewusst so dokumentiert, einfach um das euch zu zeigen, damit ihr da nicht irgendwie so eine Macke bekommt und glaubt irgendwie, weiß nicht was. Nein, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, so, dann macht das, solange es jetzt nicht, wenn es natürlich viermal in der Woche ist, viermal in der Woche in Vollrausch, ja, dann könnt ihr keinen, keinen gesunden Lifestyle haben. Aber wenn ihr jetzt irgendwie drei Wochen im Urlaub seid, ja, dann nehmt da mit, was geht. so, selbstverständlich. Oder wenn dann irgendwie mal zwei Geburtstage hintereinander sind und ihr seid da eingeladen, Alter, dann feiert er. So, und dann kommt wieder ein Vierteljahr kein Geburtstag mehr und dann passt für euch halt nicht, dann macht er es nicht. So, ganz entspannt, ihr seid keine IFBB Pros, ihr verdient damit höchstwahrscheinlich nicht euer Geld, also sollte es nicht euer Leben irgendwie schlechter machen. So, und manchmal ist es halt so, da ist echt cooler, einen zu trinken, bisschen Quatsch zu machen, etc. Am Ende des Tages irgendwie coole Anekdoten zu haben, auch meine Connection aufzubauen, die du jetzt vielleicht nüchtern so nicht aufgebaut hättest, etc. Muss man ja sagen, das ist schon auch, das passiert schon auch alles mal, ja, wenn du Party machst. Ich kann auch sagen, die Leute, mit denen ich geschäftlich zu tun habe, mit denen ich schon Party gemacht habe, das ist so oftmals so eine ganz besondere Connection, ja, weil, ja, das ist halt, das passiert ja nicht, wenn du mittags dich zum Lunch triffst, was dir dann da passiert. Daher, ja, aber es muss halt so ein vernünftiger Rahmen sein. Balance, wie ich schon so oft angesprochen habe. Bei mir ist jetzt auch so eine Phase, wo ich sage, ich sehe jetzt aktuell nicht die Partys, für mich so, dann brauche ich es nicht und dann mache ich es auch nicht. Und ich habe jetzt auch mal Bock wieder, wie ich ja im letzten Podcast gesagt habe, ich, ich track jetzt aktuell mal wieder so, mich richtig durch und habe einfach auch so da mal wieder Bock, das so zu machen. Aber ich habe, also ich habe das letzte Mal Kalorien getrackt, vor drei Jahren oder so. Das habe ich schon richtig lange nicht mehr gemacht. Aber jetzt habe ich wieder Bock drauf, fühlt sich für mich gut an, dann mache ich es. Frage Nummer fünf, Meinung zu Sams als gesündere Alternative zu herkömmlichen Steroiden. Also da würde ich dir erstmal den Vortritt lassen, weil ich bin im Sams-Thema gar nicht so drin. Also ich glaube, Sams waren so ganz lange das, was Prohormone davor waren, nämlich so eine orale Alternative zu Steroiden und das rührt halt ganz oft daher, dass glaube ich ganz, ganz viele Menschen diesen Drang verspüren, Leistungssteigerung der Substanzen zu benutzen, die auch wirklich was bringen, aber Angst haben, sich selbst zu injizieren. Und das verstehe ich, das ist bei jedem so. Und dann sucht man natürlich so diese bunten Pillen, die irgendwo in Online-Shops verkauft werden, wo man sich tatsächlich auch strafbar macht, wenn man die kauft, auch wenn es die meisten nicht wissen und auch wenn es aussieht wie eine Zink-Pro-Kapselpackung. Es ist tatsächlich nicht mehr nur Grauzone, es ist wirklich, ihr macht euch das strafbar, wenn ihr das bestellt. Das muss man vielleicht dazu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Samens, zumindest die der ersten Generation, es gibt, ich bin da mittlerweile auch nicht, mittlerweile gibt es glaube ich 10 verschiedene und ich kenne noch Ostarin und Andarin und ich glaube da ist auch schon vorbei. Da gibt es ja Ratt und SRS und S nochmal was, keine Ahnung, ganz, ganz viel. Ja, MK677 ist dieses Wachstumshormon, Sekretagog, also Analogon oder wie man dazu sagt, das ist glaube ich nicht mal ein richtiges Samen, aber zählt da so mit dazu. Das ist ja das, was man so damals vor 10 Jahren noch hat lesen können, vor allem aus den USA, aber auch aus UK. Mittlerweile, ich glaube, die haben dann nicht so wirklich bestätigen können, die meisten Dinge, gerade diese ersten Samens, dass sie Steroiden ebenbürtig sind und dann muss ich halt sagen, wir haben da ein Forschungsmedikament irgendwo, was benutzt wird, um der Atrophie, glaube ich, bei älteren Menschen, bei Krebspatienten und sowas entgegenzuwirken. Das ist halt nicht der Zweck, den wir brauchen im Bodybuilding und dann muss man viel, viel mehr nehmen. Ob es dann dieselbe Wirkung hat wie ein Steroid, ist fraglich. Es hat auf jeden Fall dann deutlich mehr Nebenwirkungen. Es geht auch auf die Achse und es gibt diesen Stoff, der viel Muskel macht ohne Nebenwirkungen, den gibt es halt einfach nicht. Und ich würde dann immer bevorzugen, das ist jetzt keine Verherrlichung und kein Aufruf, ich würde immer bevorzugen, das, was sich bewährt hat, Testosteron beispielsweise, seit wann gibt es das? 50er Jahre? Na, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwann beim Zweiten Weltkrieg. Ich habe keine Ahnung, wann die Russen das erste Mal damit rum experimentiert haben. Da kannst du sagen, was passiert. Da gibt es Langzeitstudien, Langzeitnebenwirkungsforschung. Das gibt es bei Samens halt einfach alles nicht und dementsprechend sehe ich es nicht als gesündere Alternative, ich sehe es eher als unüberschaubarere Alternative und davon würde ich abraten. Das ist so meine Two Cents dazu. Ich finde Sam so vom psychologischen Faktor super interessant. Es zeigt so ein bisschen, dass die Menschen eigentlich bereit sind, so weit zu gehen, wenn es um den Körper geht, um dieses Ideal, athletisch, muskulös zu sein. Aber sie dann schon auch so ein bisschen immer auf diese Bestätigung von außen warten, um etwas zu tun. Ja, wie so eine Erlaubnis praktisch. Jeder kennt das vielleicht, er tut etwas und er fühlt sich besser, wenn es auch seinen Freund macht. Sondern fühlt man sich nicht so doof. Und bei Samens oder Prohormon, Hardcore-Booster etc., das ist so ein bisschen rein vom gesunden Menschenverstand, muss man ja schon sagen, auch wenn man sich jetzt nicht super damit auskennt, ob du jetzt ein Prohormon oder ein Steroid nimmst oder Samens oder was es morgen gibt, das ist so immer ein ähnliches Prinzip. Du hast da eine Substanz, wenn du die nimmst, hast du eine starke Wirkung, hast entsprechend die Resultate, nimmst du die nicht mehr, hast du das nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Supplements sind ähnlich, nein, sind es nicht. Es sind Nahrungsergänzungsmittel, die dann auch in ihrer Wirkung eine gewisse Einschränkung haben, bei denen auch so viel mehr Hygiene und Regeln, so Umstandsregeln, eine Rolle spielen, als jetzt bei Steroiden, als Beispiel. Und diese Legitimation von außen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ich verstehe gar nicht, warum das immer noch so Leute, also warum das vielen so wichtig ist. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, da habe ich schon oft gesagt, ich kann mit Kiffen nichts anfangen. Nichts, das stinkt, ich mag keine Kiffer, die sind immer langsam, verpeilt, unpünktlich. So, ich habe niemanden in meinem Umfeld, der oft kifft, weil ich mit solchen Leuten überhaupt, wir gehen so voll auseinander, immer chillen und verpeilt, ist doch nicht so schlimm. Aber, mir sind Kiffer egal, weil die tun keinem weh. Ich habe noch keinen pöbelnden, aggressiven Kiffer gesehen. Wenn Menschen zu viel saufen, schon. So. Ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn jemand kifft. Für mich ist es nicht schlimmer, als wenn jemand sich bedrinkt. Mhm. Was jetzt der Staat sagt, oder der Gesetzgeber, das ist mir da wirklich auch egal, weil ich echt lieber in der U-Bahn den Kiffer neben mir habe, als den vollgesoffenen Typen. So. Natürlich sage ich jetzt auch, ich respektiere die Gesetze und Regeln und bekifft sollte sich jetzt keiner ans Steuer setzen, etc. Sollte er aber auch nicht betrunken. Aber solange keinem anderen geschadet wird, ist mir das so egal, was einer macht. Und jetzt bei dieser Sams-Geschichte ist es so, also wie Danny schon gesagt hat, das sind so Forschungsmedikamente, wo ich mich sowieso, wo man einfach schon jetzt nur allein dadurch, dass man weiß, das sind Forschungsmedikamente, dann sollten schon mal so irgendwie, wenn man jetzt ein gewisses Gesundheitsbewusstsein hat, sollte man dann schon sagen, oh okay, Forschung, da bleibe ich erstmal außen vor. Wenn man jetzt aber sagt, und das ist auch vollkommen legitim, das nervt mich auch, wenn da irgendwie den Menschen irgendwie verboten wird, mit ihrem Körper so umzugehen, wie sie Bock haben, in diesem Punkt, weil bei Rauchen und Saufen ist es ja auch legitim, da kannst du auch deinen Körper ruinieren und da sagt gesellschaftlich keiner was. Wenn jetzt jemand so diesen Rich Piana-Weg geht, vollkommen okay, soll er machen. Aber die meisten wollen das ja nicht. Was man bei SAMS halt dazu sagen muss, das sind Forschungsmedikamente, wo dann hochspezialisierte Wissenschaftler, und wenn jetzt jemand mal in seinem Umfeld einen Wissenschaftler hat, beispielsweise der an Medikamenten arbeitet, das sind die Menschen, die an diesen SAMS-Projekten arbeiten. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Forschung, wo passiert das denn? Im Pharmaziebereich, bei Pfizer etc. Die, die jetzt die Corona-Impfstoffe machen, das ist das Umfeld, wo geforscht wird. Das ist so super, super spezialisiert. Wie wahrscheinlich ist das, diese, aus diesem super spezialisierten Umfeld, super spezielle Substanzen zum polnischen Untergrundlabor kommen, in genau dieser Qualität, wie es Pfizer, Johnson & Johnson, Weltkonzerne, Weltkonzerne. Weltkonzern. Und in diesem Weltkonzern, da arbeiten super kleine Gruppen an Projekten, wo dann diese Substanzen eingesetzt werden. Alter. Also jeder, macht jetzt mal Pause, der jetzt ernsthaft darüber nachdenkt, sowas zu nehmen, und googelt und YouTube jetzt mal, Steroide-Untergrundlabore. Das ist dort, wo Crystal Meth herkommt, dort, wo in Osteuropa die Hanfplantagen stehen, dort wird das Testo gemacht. Breaking Bad style. Wisst ihr, warum Crystal Meth so, so einfach, und das ist schon komplex, also relativ, aber warum das so groß ist, weil da ist es so noch einfach ranzukommen, weil du halt das Ephitrin brauchst, was in Medikamenten, in Erkältungsmedikamenten vorhanden ist. Oder auch zum Beispiel hier Streuli, schweizerisches Pharmaunternehmen, hat, wie heißt das, Karni-Ephitrin oder so? Karni-Ephitrin, ja. Ja, Hahn-Inkontinenz von Hunden und Katzen, so. Das ist halt so, kannst du in der, also als Krimineller klaust du das in der Apotheke und dann wird das zu Meth, so. Und da hat jetzt Johnson & Johnson, Pfizer, also das ist so, wenn ihr über Pharma-Lobby sprecht, das sind die, also, wenn irgendwie, Verschwörungstheorie, Pharma-Lobby, wenn ihr jetzt da irgendwie, das sind die, die die Welt anscheinend lenken, blablabla. Und dort hat so eine ganz kleine Gruppe an Forschern, diese Forscher übrigens, alle, das sind alles hochspezialisierte Doktoranden. Das sind keine normalen, weiß nicht, irgendwie Ausbildungen, nein, alles super spezielle Menschen. So, da ist vielleicht mal auch so eine wissenschaftliche, wie heißt denn das, Fachangestellte oder so, die haben da nicht diesen ganz hohen akademischen Grad. Auf jeden Fall, das kommt so von, von ganz, ganz weit oben, der Medizin, ja, in so einem super elitären kleinen Kreis, da kommt es her. Und dann soll das irgendwo in Polen oder in der Ukraine, in irgendeinem Steroid- Untergrundlabor, sollen dann da Sams gemacht werden. Never ever. Never ever. Niemals. So, ich kann euch sagen, wahrscheinlich kenne ich nicht einmal jemanden, der schon mal richtig gute Sams hatte. Und wenn, dann kenne ich sehr, sehr wenige. Und die, die mit Sams schon oft rumprobiert haben, ich gebe euch Brief und Siegel, oft hatten die dann auch nur irgendwelche Ties oder so in der Kapsel drin, damit sie wenigstens irgendwas merken. Das ist genauso, also ich gebe euch Brief und Siegel, wenn ihr irgendwo Johembin kauft, da ist entweder gar nichts drin oder schlecht dosiertes Koffein oder so. Da gibt es keine, also, der Shop stellt euch keine unabhängige Laboranalyse zur Verfügung. Ja, von der Substanz, die dann sowieso auf so einem halblegalen Shop ist etc. Also daher dieses Sams-Thema, ja, also nicht falsch verstehen, es gibt schon Leute, die haben dann da echt sehr gute Kontakte und dann haben die auch mal Sams, die funktionieren, ja, aber die kommen dann halt meistens aus so, es gibt ja mittlerweile relativ viele auch in China so Pharmafirmen, die aber eigentlich nur Produkte herstellen, die dann auf so halblegalen Wegen verkauft werden zu Dopingzwecken. Indien auch, ja. Indien, genau, Indien und China gibt es das oft, ja, und es kann schon sein, dass die dann vielleicht auch mal irgendwie Sams herstellen, aber überwiegend, überwiegend, sage ich, sind Sams Fake, also das, was ihr, das, was ihr einfach bekommt, das wird Fake sein, da wird gar nicht das drin sein, was draufsteht, ich muss sagen, ich habe ein, zwei Sams schon genommen, ich habe da immer gar nichts gemerkt, ich glaube, das war 2015 oder 2016, da war ich auf der Bodypower UK und da war es so, dass in UK noch Sams legal waren, also von den ganzen Ständen war gefühlt, jeder dritte Stand hat so Sams angeboten. es war so ein bisschen wie wenn du jetzt auf so ein, keine Ahnung, irgendwo auf eine Messe und dann ist so CBD der Shit oder so, so in zwei Jahren ist dann so alles verboten und dann macht das keiner mehr und ähnlich ist es auch mit Sams, als ich dann Jahre später auf der Bodypower UK war, da war kein einziger Sams Stand mehr, so, und als wir damals dann da waren, ich habe ja dann auch mit denen mich unterhalten und ausgetauscht, da waren Typen, also da würde ich sagen, du hast gemerkt, die sind jetzt halt so auf der Wave und die wollen das Geld mitnehmen und ich glaube, da habe ich auch Sams mit, also heute würde ich sowas nie wieder nehmen, weil ich habe jetzt einfach so ein besseres Verständnis dafür, ich würde behaupten, 99% von den Produkten, die dort verkauft wurden, also Bodypower UK ist wie Fibo in ganz klein, das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Untergrund-Labor-Bazaar, sondern das ist, da ist hier Vankish und SPD und so, die sind jetzt dort. Ja, also, daher, ich würde sagen, wer sich, ähm, darüber Gedanken macht, über Sams, ist meistens eher wahrscheinlich, das ist der, der auch, ähm, Testosteron nehmen würde, wenn es legal wäre. Und jetzt muss man sich ja überlegen, nehme ich Testosteron nur nicht, weil es illegal ist, ähm, und ich, das haben wir ja schon oft besprochen, ja, habe ich ja von mir erzählt, so, ich habe Testosteron gekauft, in Anführungszeichen, McFit-Dealer, McFit-Dealer wurde haupts genommen, McFit-Dealer hat alles seine Kunden verraten, Kunden haben Hausbesuche bekommen. so, wenn jetzt jemand sagt, da habe ich keinen Bock drauf, vollkommen okay, mach es nicht, ja, wenn du eine Family hast, etc., das ist nicht cool, wenn da 6 Uhr 5 Mann vor der Tür stehen, Polizei, und du hast irgendwie zwei kleine Kinder und eine Frau, also, mach es nicht, ganz klar, ja, ähm, aber wer jetzt das irgendwie nicht macht, weil er, man kann ja heutzutage, gerade wenn du dann ein bisschen älter bist, Testosteron, Ersatztherapie, etc., ich würde immer eher empfehlen, diesen Weg zu gehen, ein Versuchen, auf legale Art und Weise an Testosteron ranzukommen, und dann würde ich beispielsweise das nehmen, als jetzt dann mir irgendeinen Schund aus dem Internet zu bestellen, was Sams sein sollen, was Forschungsmedikamente sind, die dann nicht so schädlich sein sollen. Never ever. Also, vielleicht sind sie nicht so schädlich, aber alleine der Ursprung, also das ist halt, da kannst du jetzt auch irgendwie Ecstasy kaufen gehen, das hat den ähnlichen Ursprung. Gut, nächste Frage, warum seid ihr nicht auf der Kölner Liste? Also, die Kölner Liste, ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr mit der beschäftigt, vielleicht gibt es da mittlerweile ein Upgrade, was die Regeln angeht, ich glaube, Danny, du weißt die Regeln, glaube ich, noch besser als ich. Wahrscheinlich sogar nicht, nee, ich glaube, jeder kann auf die Kölner Liste, dann werden die Produkte genommen, werden analysiert, ob da beispielsweise die Anabol drin ist, also Doping oder Doping-Substanzen, das zeigt aber jetzt nicht, ist da wirklich genau der Eiweißgehalt drin oder sonst was, das ist immer das, was ihr denkt oder viele denken, aber dem ist nicht so, die sind dann Doping-frei, die kann ein Gen-BF-Athlet verwenden, laut diesem Zertifikat oder Siegel, Gütesiegel, was da drauf ist, aber da ist es keine Auskunft über die Qualität eines Produkts, zumindest nicht in der Hinsicht, wie wir uns das wünschen würden. Genau, also die Kölner Liste testet auf Doping-Substanzen, dass keine Doping-Substanzen in Nahrungsergänzungsmitteln drin sind. An alle, die jetzt zuhören, wie oft habt ihr schon mitbekommen, dass Doping-Substanzen in Supplements sind? Wir haben, die, die jetzt nicht irgendwie Ü40 sind, die werden wahrscheinlich sagen, habe ich noch nie mitbekommen. Also ich habe schon mitbekommen, aber das sind so alte Geschichten. In den letzten fünf Jahren gab es das nie. Also ich habe es nie mitbekommen. In den letzten wahrscheinlich acht Jahren habe ich das nie mitbekommen. Ich kenne das nur von alten Produkten, die ich aber nicht mal kenne oder konsumiert habe. Was jetzt natürlich unter Doping-Substanzen fallen, sind gewisse Hardcore-Booster, Hardcore-Fatburner, Hardcore-Testo-Booster etc. Das ja, aber jetzt normale Produkte, die nicht der Hardcore-Kategorie einzuordnen sind, nicht. und es ist jetzt, also da kann ich jetzt mal alle Hersteller in Schutz nehmen. Ich halte es für äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass in einem Protein, weiß ich nicht, Kreatin oder sonst irgendwas eine Doping-Substanz enthalten ist. Also dass da jetzt irgendwie die Anabol reingemischt wird oder sonst irgendwas. Nochmal, was natürlich sein kann, dass in einem Booster Substanzen drin sind, die bei einem Doping-Test anschlagen. Also wer jetzt einen Hardcore-Booster kauft, ja, okay, aber das sollte man vorher wissen. Ist von mir wahrscheinlich auch sehr idealistisch, dass sich die Leute Gedanken machen, was sie da eigentlich in ihre Futterluke so reinschieben, aber okay. es gibt jetzt ja, also gerade viele Profisportler aus allen Bereichen Tennis, Fußball, etc., die legen oftmals Wert, dass sie Supplements aus, von der Kölner Liste nehmen. Auch da muss ich sagen, ich finde es so ein bisschen erschreckend. Also, nehmen wir jetzt mal einen Fußballer, der sagt, nee, ich nehme nur Pre-Workout-Booster, die auf der Kölner Liste sind. Ja, ich weiß schon, was er meint. Er will dann sicher gehen, dass er halt keinen Booster hat, in dem irgendwie DM irgendwas drin ist, DMAA, DMHA, blablabla. Jetzt denke ich dann aber schon auch, lies doch das Label und mach dich wenigstens so ein bisschen schlau, was das jetzt eigentlich ist, was du da nimmst. Daher, ich würde jetzt mal sagen, für unsere Kunden, die das jetzt schon schon so ein bisschen belesener sind und mehr Know-how haben, ist die Kölner Liste so ein Bullshit-Label, wie wenn auf einem, weiß ich nicht, Kreatin steht vegan. Ja, ist schon klar, dass ein Kreatin vegan ist. Kann sogar sein, bei uns Kreatin ist das auch drauf, weil du nutzt, also du lobst das dann entsprechend aus, aber das ist jetzt halt, für mich ist es Quatsch, würde die Kölner Liste hingegen testen, ist das drin, was draufsteht. Vollkommen anderes Spiel, vollkommen anderes Spiel und da muss man halt auch dazu sagen, dass die Kölner Liste, ich glaube, das kostet im Jahr 10, 15.000 Euro, also sorry, ich brauche, muss jetzt das Geld nicht dafür, dann machen wir lieber Laboranalysen und zeigen, dass drin ist, was draufsteht für das Geld, anstatt wir dann die Bestätigung haben, in unserem Kreatin sind keine Doping-Substanzen drin. Ja, okay. Frage Nummer 8, mit wem habt ihr Beef? Kurz und knapp. Danny, mit wem hast du Beef? Niemand, mir wird niemand einfallen, mit dem ich Beef habe. Redet irgendjemand über mich? Vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, wer über mich böse redet, dann habe ich vielleicht nächste Woche mit jemandem Beef, aber ich wüsste jetzt nicht, ich bin eigentlich so kein Beef-Anzetteler, auch, zumindest würde ich es nicht so, ich würde es nicht so bezeichnen, weil alles, was wir so in unseren Formaten sagen, das sagen wir ja in der Öffentlichkeit und aus Gründen und das ist für mich jetzt oft dann halt einfach die Wahrheit oder meine Perspektive der Dinge, aber dass ich jetzt da direkt Beef habe, viele Leute denken immer, man hat dann Beef, bloß weil ich sage, das, was Tobias Hane über seinen YouTube-Kanal sagt, das ist Bullshit, das ist meiner Meinung sogar fast nachweislich Bullshit, das kann ich jetzt so aber nicht hundertprozentig sicher sagen, aber es ist schon so in gewisser Hinsicht, jetzt habe ich aber kein Beef mit dem, also wenn der Tobi dann meint, wir haben Beef, dann ist das seine Interpretation der Sache, ich sage halt einfach bloß, ich sehe das nicht so, ich glaube das nicht, ich kann aber trotzdem, wenn ich in Hamburg bin, zu Tobias Hane gehen und kann sagen, so wollen wir mal einen Podcast oder ein Interview machen und da ohne Probleme ganz nett mit dem einen Proteinshake trinken, ich glaube der Tobias trinkt kein Bier, deswegen sage ich jetzt Proteinshake, aber es ist so für mich überhaupt kein Beef, ich glaube die Vorstellung von Beef ist immer eine andere. kurz zu dieser Sache, ich habe das ja erst gestern von dir erfahren, auch hier wieder einfach, Freunde, ich bin immer so ein Fan davon, vom Mitdenken, Mitdenken, Nachdenken und kurz mal recherchieren. VayuRed ist eine Marke, die hat, wurde vorher über Gigas vertrieben, die wurde am Anfang meine ich auch ausschließlich über Gigas vertrieben und diese Marke hatte einen gewissen Besitzer und dieser Besitzer war nicht derselbe Besitzer, wie er jetzt ist. Markenanmeldung kann jeder nachgucken, dpma, geht auf dpma.de, könnt ihr Marken angucken, könnt ihr auch Garnicus eingeben, seht ihr mich. Ihr werdet jetzt, also es sei denn, ich muss es dazu sagen, wenn die die Marke nicht angemeldet haben, oder die Marke nicht umgemeldet haben, dann seht ihr das nicht, dann wäre das aber absolut dilettantisch, kann ich mir nicht vorstellen, Fitmart, ESN, dieses ganze Ding, die machen im Jahr irgendwie 150 Millionen Jahres Umsatz, kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt da verpennende Marke an- oder umzumelden, ja, daher könnt ihr gucken, dpma, kann auch der Tobias Hane gucken, ist das jetzt, ist da jetzt ein anderer Besitzer oder nicht, so, ich will jetzt kein, Tobias Hane, alles cool, ich mag den, also ich hab den, glaube ich, einmal getroffen, war mir super sympathisch, guter Typ, so, ich kann jetzt gar nichts gegen den sagen, aber das ist so eine Sache, da kann man nachgucken und das ist für jeden nachvollziehbar, wenn er jetzt irgendwie dann glaubt, dass da keiner dahinter kommt, seine Sache, okay, aber du kannst jetzt dann nicht irgendwie auf einem beleidigt sein, weil er sagt, alter, guck halt im dpma, im register nach, also das markenregister, so, guck halt danach und dann kann ja jeder sehen, okay, ja stimmt, die Marke, die hat jetzt ja einen anderen Besitzer, nämlich derselbe Besitzer, dem wahrscheinlich auch die ESN-Marke gehört, gehe ich sehr, sehr stark davon aus, ja, ich habe das jetzt alles nicht geprüft, aber es würde Sinn machen, weil die ESN-Marke, die gehört halt den, den, die Fitmart GmbH gehört, beziehungsweise auch das Unternehmen, das ist, ich glaube, dort, wo ESN, also die Produktion von ESN, das ist auch nicht Fitmart, sondern das ist eine andere Firma, aber die gehört da dazu, ja, also das ist so eine Unternehmensgruppe, so und irgendwo in dieser Unternehmensgruppe wird jetzt auch die Vayu Red Marke herumfahren und das war sie vor ein, zwei Jahren nicht, so und wenn jetzt Danny das sagt, dann macht er das nicht, um jetzt irgendwie Beef zu starten, sondern es kann jeder nachgucken, es gibt hier auch keine Meinung, also ihr versteht das manchmal vollkommen, es ist jetzt keine, das ist nicht meine Meinung, guckt im DPMA nach, jeder kann gucken, wem gehört welche Marke, so und wenn eine Marke den Besitzer wechselt, dann ist es nicht eine Meinung von Danny, sondern er ist dann einfach der, der sagt, so ihr macht dann oft den Fehler und seid dann sauer auf den, der die Wahrheit sagt, der die Fakten sagt, ihr könnt es aber nachgucken, so, daher Grüße an Tobias Hahne, bei uns hat niemand irgendwie etwas gegen ihn, aber man muss natürlich schon sagen, dann gibt es zumindest mal eine sachliche Antwort, so, deswegen hat man kein Beef, ich bin jetzt hier so zwischen reingekrätscht, aber das ist wichtig, so den Leuten zu erklären, in dem Fall, jeder kann es nachgucken, es gibt kein Beef mit ESN, weil wir sagen, die sind mit Morphus soniert, guckt nach, in Deutschland gibt es für alles Register, könnt ihr alles nachgucken. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die Leute hier mal sauer sind, nur weil man Fakten nennt, also, ja, ist so schön, dass ihr das so ein bisschen unter dem Radar fliegen lassen wolltet, was da so im Hintergrund abgeht und was da wo eingetragen wird, aber wieso sind dann die Leute sauer da drauf, wenn wir das sagen und mögen uns dann nicht mehr, so beispielsweise. Mir ist egal, wer mich mögt oder nicht, aber es ist so, wenn jetzt jemand mein Wohnort irgendwie Preis gibt, weil der irgendwo in irgendeiner Anmeldung von dem Gewerbe drin steht, dann bin ich auch nicht sauer auf dem. Also kann ich schon sein, aber es hat keine Berechtigung. Ja, also, man muss jetzt schon ganz klar sagen, das haben wir in den letzten Jahren haben wir öfters mal so News gebracht, ja, und diese News, die waren aufgrund von offiziellen, von der deutschen Justizbehörden, da gibt es dann keinen Grund auf uns sauer zu sein. Ihr habt das offiziell gemacht, ja, Bayou Red ist offiziell nicht mehr die Marke von dem, der die gegründet hat und die die ersten Jahre hochgezogen hat. Offiziell, so, das ist nicht unsere Meinung oder so, ob wir das gut finden oder nicht, das steht da noch nicht, also, uns ist egal, so, aber wenn das dann gesagt wird, dann kann man nicht auf uns sauer sein. Ich weiß noch, als damals Smart Gains, als er bei Rocker war, bei More Nutrition Anteile, du hast doch gemacht, jetzt musst du auch nicht sauer sein. Könnt ihr alle nachgucken, immer noch. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht mal, ob der da sauer war. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, man fand das damals nicht ganz so cool. Ja, aber wo ist denn jetzt Authentizität? Wo ist das denn jetzt? Wo ist denn, hey, meine Community, ich nehme euch mit. Ja, nehmt sie doch nicht nur mit, wenn ihr euch den Protein Pancake macht, sondern auch wenn es um irgendwie Sachen geht, wo auch erwachsene Menschen sich drüber unterhalten. Also, daher, ja, aber es ist so, soll ja jeder machen, wie er will. Mir ist nur wichtig, dass die intelligenten Menschen da uns verstehen. Jetzt mit wem hast du den Beef? Ich habe das ja schon mal gesagt, ich werde mich mit niemandem mehr im Internet streiten. Ich habe das früher sicherlich auch gerne mal leidenschaftlich gemacht. Ich würde es jetzt aber nicht mehr machen. Ist sicherlich, sind da auch so ein paar Kapitel dabei, wo ich denke, oder wo ich so ein bisschen, ja, jetzt im Nachhinein, würde ich sie nicht mehr so machen. Ja, muss ich schon ganz klar sagen. Ich werde ja oft auch, ich glaube, da wollen mich dann Leute triggern, wenn sie fragen, ja, was ist deine Meinung zu Simon Teichmann? Der ist mir egal. Also, ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Ja, alles gut. Soll sein Ding machen. Ich habe mit Simon nie Kontakt. Mit dem Roman von Body IP habe ich öfter Kontakt. Zu mir immer nett, immer höflich, respektvoll. Grüße an Roman an der Stelle, alles cool. Wenn ich jetzt Simon sehen würde, ich würde auch ganz normal mit dem quatschen, so wie ich auch bevor wir aneinander geraten sind, miteinander gequatscht haben. für mich für mich ist so ein bisschen auch so dieses Internet Beef Ding vorbei, weil ich feststellen musste, für mich war es so, okay, ich habe jetzt mit jemand im Internet Beef, warum? Weil wir sehen uns jetzt nicht so direkt und ich habe vielleicht irgendwas über den gesagt, der will das richtig stellen, etc. Aber eines Tages kommt der Tag, wo wir uns dann so sehen persönlich oder telefonieren und dann klären wir das. Das war für mich und ist für mich auch heute noch selbstverständlich. Also wenn irgendjemand etwas über mich sagt, dann ist für mich das Wichtigste, wenn wir gegenüber stehen, dass er untermauert, warum er das gesagt hat und man diskutiert, das ausspricht, ausdiskutiert. Echtes Leben. Heutzutage müssen wir uns nicht mehr immer treffen, wir können auch Zoom callen, telefonieren, etc. Ist für mich auch so nicht ganz auf derselben Ebene, aber schon fast nah dran. Ich musste aber mit den Jahren feststellen, dass es bei vielen so ist, die machen so Klingelstreich. Das ist Klingelstreich, was sie machen. Die sagen irgendwas und dann Handy aus, aus dem Weg gehen, etc. und für mich war immer so, ja okay, du hast geklingelt, ich habe es jetzt nicht gehört, ich war nicht zu Hause, so, aber du hast geklingelt, Nachbar hat es gesehen, hat gesagt, ey, übrigens, Marcel, hier, Nachbar Müller war vorhin, hat geklingelt, ich wollte es dir nur mal sagen, ah, okay, der Müller aus der Nachbarschaft, fahre ich doch bei dem vorbei und frage, was er denn wollte, so, und dann bin ich immer vorbeigefahren und dann stand ich vor, beim Müller und habe ihn gefragt, hey, du warst vorher bei mir, hast geklingelt, ja, nö, und dann, ja, aber doch, hier, meine Nachbarn, die haben es gesagt, ja, stimmt schon, aber es war nicht, so gemeint und ja, ich will darüber nicht reden, aber du warst doch bei mir und hast geklingelt, du bist doch irgendwas, also, irgendwas willst du doch, sonst klingelst du doch nicht bei mir, mach die Tür zu und verriegelst, und das ist jetzt metaphorisch, aber so war das die letzten Jahre, ja, Leute sagen etwas, ich so, ja, okay, sag was zurück, dann vielleicht sagen sie nochmal was, da ich so, ha, komm, jetzt macht schon Sinn, bevor wir da jetzt über drei Ecken anrufen, geht nicht ans Handy, ja, okay, nächstes Mal, wenn ich da in der Stadt bin, bin ja viel unterwegs, lass uns da quatschen, ruf an, hey, ich bin gerade in der Stadt, nö, nö, heute nicht, ja, ich bin auch noch drei Tage in der Stadt, nö, die nächsten drei Tage nicht, okay, 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 auch mal geklingelt, ja, nö, ich will darüber nicht reden, ja, aber du hast ein Video gemacht, ja, aber will jetzt nicht darüber reden, so, und mittlerweile ist ja schon bekannt, dass wir auch im echten Leben darüber reden, Fibo war für mich immer ganz großartig, weil da hast du die ganze Rasselbande auch mal face to face gesehen, fand ich immer super, so, aber ich musste dann feststellen, dass die Leute im echten Leben nicht reden wollen und wer mir nicht den Respekt entgegenbringt, im echten Leben mit mir zu reden, ich werde ganz sicher nicht mit dem im Internet mich streiten, ganz sicher nicht und wenn dann schon Leute, so ist es ja mittlerweile, ich muss kurz hier, so, wenn jetzt im, 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 wenn jetzt schon Leute so, das wissen, dass wir im, dass wir miteinander reden, wir sind kommunikativ, wir im echten Leben, so und wenn jetzt dann Leute schon sagen so, ja und du brauchst auch nicht versuchen mich anzurufen oder vorbeizukommen, etc., schon, also die sagen, die klingeln, ja und dann sagen die schon, machen den Klingelstreich und sagen dann, ja aber du lauf jetzt nicht aus dem Haus raus und renn mir hinterher und maßregle mich, also das ist dann für mich nicht irgendwie ein Niveau so geistig, wo ich mit Leuten interagieren will so und daher ist es für mich ganz klar, entweder jemand streitet, hat auch die Bereitschaft sich mit mir im echten Leben zu streiten oder nicht und wenn jemand mir diesen Grundrespekt nicht entgegenbringt, dann ist es mir, dann streite ich mit dem ganz bestimmt nicht, also dementsprechend, ich habe mit keinem Beef, keine Ahnung, wer was gegen mich hat, gibt bestimmt viele, gibt auch viele, die mich mögen, wichtiger sind eigentlich eher die, die mich mögen, die das so verstehen, wo man eine Sprache spricht, diese Menschen abzuholen, meine Mission im Leben ist nicht irgendwie, ich bin kein Schlagersänger, Gannikus ist nicht Schlager, wir sind nicht Schlager, wir sind nicht irgendwie Retorten-Club, wir sind Gannikus ganz klare straighte Linie und da gibt es Menschen, die mögen das, die verstehen das, finden es gut und dann gibt es Menschen, die mögen das nicht und die verstehen es nicht, es gibt Menschen, die verstehen es, aber die mögen es nicht und es ist so vollkommen okay, solange wir so eine gewisse kritische Masse ansprechen, die sagen, finde ich cool und ja, daher, ich habe mit keinem Beef, ich würde auch echt nicht mehr mit irgendjemandem Beef haben, vielleicht mal so ein paar, ich weiß nicht mal, Sticheleien, also ich mache zwar, glaube ich, immer noch so Sticheleien, aber die sind dann eher aufklärerischer Natur und ich glaube, dass das auch viele immer falsch verstehen, ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin mir sicher, dass Jill nicht natural ist, dann sage ich das nicht, weil ich mit Jill Beef haben will, sondern, weil ihr mich fragt, glaubst du das und weil ihr gewisse Luftschlösser euch baut und Dinge hinterherjagt, die einfach nicht realistisch sind, das ist der Grund, warum ich das sage, aber ich sage das auch dem Jill, wenn ich ihn sehe und das ist aber, glaube ich, der große Unterschied, dass wir das halt immer noch, wenn jemand uns gegenüber steht, vertreten wir dieselbe Meinung und nicht auf einmal habe ich keine Meinung mehr und bei den anderen habe ich das Gefühl, das ist Klingelstreich und ich mache keine Klingelstreiche und ich lasse mich, ich lasse mich auch nicht darauf ein, wenn jemand Klingelstreiche macht. Ja, ja, kannst ja mittlerweile, hast du ja alle Möglichkeiten, du bist auf Instagram, ich bin auf Instagram, wir sind als Garnikus auf Instagram, schreibst eine Nachricht, sagst, hier ist meine Telefonnummer, lass uns telefonieren, aber nicht irgendwie die Fresse aufmachen und dann im Nachhinein, wenn man anruft, man hat ja, du bist ja auch, bei mir ist es auch schlimm jetzt mittlerweile mit Telefonnummern, jeder hat deine Nummer, jeder schreibt einem dann auch mal, dann aber nicht, nicht ans Telefon gehen, wenn man anruft und dann so diese drei F'chen machen, hab nichts gesehen, hab nichts gehört und sagen will ich eigentlich auch nichts, so sich nicht aus seiner, aus seiner Parallelwelt holen lassen, wo man nur schießen kann, aber klären geht nicht, also das ist halt so immer peinlich, finde ich, ich bin immer bereit, alles zu klären, du ja auch und dann musst du dann halt auch, Beef kann man immer oder Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten kann man immer noch aus der Welt schaffen, sollte man auch und in den meisten Fällen geht das privat. Muss man gar nicht, oder drüber reden. Ganz, ganz klar, wenn, und da muss ich jetzt schon sagen, wenn jemand so minder bemittelt ist, dass er irgendwas in die Welt hinaus posaunt und dann diese Ignoranz an den Tag legt und Respektlosigkeit, dass er eine Richtigstellung ablehnt, dann hat er einfach, das ist ein widerwärtiger Charakter. Also wenn ich jetzt irgendein, nehmen wir ein Beispiel, ich unterstelle jetzt irgendwie Julian Ziedlow, das wäre ein Rassist, so, ist er nicht, ja, ja, sagst du über das Wort. Halb ihn da. Ja, ja, so, Grüße an der Stelle, ja, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, so, und dann, zeig, und nee, machen wir es anders. Coach Steph, das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt zu Coach, über Coach Steph sage, das ist ein Rassist und der mag keine Schwarzen, so, dann wird Coach Steph, was wird der sagen? Alter, ich bin mit einer schwarzen Frau verheiratet und hab ein Kind, zwei Kinder mit der, so, meine Kinder sind schwarz, die sind so schwarz, Marcel, wie du es bist. Ja. So, wenn ich dann, und dann ruft mich Coach Steph an, um natürlich zu sagen, alter Marcel, wir haben schon zusammen gechillt, du weißt genau, wie ich bin, warum erzählst du jetzt, dass ich keine, dass ich ein Rassist wäre und was gegen Schwarze habe? Das wäre sein gutes Recht und es wäre vollkommen richtig, wenn er das machen würde. Wenn ich dann aber nicht mehr ans Handy gehe, wenn er in Berlin ist, ich stehe, der klingelt, ich mache nicht auf, er versucht dann natürlich über Kontakt, wie Danny gesagt hat, wie jeder kommt an meine Nummer ran und ich komme auch an jede Nummer ran, in der Fitnessszene, ja, nicht falsch verstehen, ja, von, von Leuten, die jetzt nicht in diesem Kosmos sind, wird es schwer, ja, ich komme jetzt auch nicht an Drakes Handynummer ran, ja, aber keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich jetzt nicht mehr die aktuelle Nummer von Johannes Lukas, wenn ich will, komme ich aber ran, so, als Beispiel. So, und wenn ich dann nicht, nicht ihm den Grundrespekt entgegenbringe, dass er mich zu Recht zusammenschnauzen kann oder zumindestens mit mir auch normal darüber reden kann, also, versteht ihr, ein Mensch, der das bei euch nicht macht, mit dem wollt ihr auch nicht reden und es ist bei uns genau dasselbe, ja, all diese Leute, die jetzt auch schon im Vorfeld, ja, du musst mich auch gar nicht anrufen, und machst du, ja, glaub mir, ich rufe dich nicht an, aber glaub mir, ich werde da auch nichts, auf nichts irgendwie drauf eingehen, weil es sowieso Quatsch ist. Daher, ich habe mit keinem Beef, ich habe im echten Leben Beef, da habe ich gar kein Problem mit, da stelle ich mich jeder Diskussion, aber im Internet, nein, Beef, nee, es gab jetzt auch schon lange nichts mehr, oder? Nichts substanzielles, ja, also, wenn jetzt irgendwie einer sagt, ja, Marcel, keine Ahnung, aber man kann jetzt nicht irgendwie Bier trinken und einen guten Körper haben, ja, okay, aber ich rede jetzt so von Substantiellem. Nee, ich glaube auch nicht, und wenn, dann ist es halt immer so deren Definition von Beef oder eben die Interpretation der Follower, der Zuschauer, der Zuhörer, die dann denken, man hat da Beef, obwohl wir das so ganz entspannt sehen, dann komm vorbei oder ruf an, kann man drüber reden, aber es muss jetzt nicht mehr wieder so, bezeichnendes Beispiel ist ja diese Kevin-Wolter-Flying-Uwe-Sache, da setzen sich erwachsene Menschen fünfmal ins Internet und machen irgendwelche Videos gegeneinander und jetzt kam er zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, ist ja Samstag, kommt so ein Statement von Kevin raus, so, ja, war doof, das in die Öffentlichkeit zu tragen, wir haben jetzt miteinander uns an einen Tisch gesetzt, ja, Alter, ihr seid Mitte 30, setzt euch doch gleich an einen Tisch und redet miteinander, dann gibt es so eine Scheiße gar nicht, das ist ja wirklich so, für alle Beteiligten, super behindert gelaufen, also richtig, richtig schlecht. Was ich natürlich sagen kann, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand jetzt hart uns kopiert oder ähnlich ist, dann werde ich das natürlich sagen, so, habe ich dann Beef mit dem, nein, aber ich sage halt so, wie es ist, also, wenn du kopierst und ich sage es, dann sage ich ja nur, wie es ist, ja, habe ich jetzt aber auch schon sehr lange nicht. Ja, nächste Frage, Steilvorlage, weshalb wechseln Influencer so oft ihren Sponsor? Ich würde sagen, es gibt so zwei Hauptgründe, einmal auf der Unternehmerseite, einmal auf der Influencerseite, oder sagen wir drei Gründe. Zwei Gründe davon sind aufgrund des maximalen Opportunismus. Unternehmen sind oftmals so, dass sie sagen, okay, wir nehmen uns einen Influencer, gewinnen dann durch diesen Influencer eine gewisse Anzahl an Neukunden und diese Anzahl an Neukunden, die wird in der Regel mit der Zeit niedriger, weil der Influencer jetzt nicht immer so viele neue Follower hinzugewinnt. So, und dann sagt ein Unternehmen, das eben sehr opportunistisch vorgeht, okay, der Influencer, der bringt uns jetzt nicht mehr so viele Neukunden, wir haben jetzt schon seine Follower-Schaft für uns gewonnen, die sind jetzt schon unsere Kunden, wir haben von denen die Kundendaten, wir können die jetzt selber bespielen, wir brauchen den Influencer nicht mehr. Das ist häufig der Fall, gerade bei großen Unternehmen. Also, ich will jetzt da kein Bashing machen, aber Big Zone, da ist es jetzt nicht so. Ja, die haben da jetzt nicht irgendwie eine Online-Marketing, ein Online-Marketing-Team von zwei Fußballmannschen, die da Fußballmannschaften, die da jede KPI tracken und Retargeting und sonst irgendwas machen. Aber bei großen Unternehmen, da ist das schon ganz normal. Dann ist natürlich so, Influencer, wenn die so ein gewissen, eine gewisse Follower-Schaft haben, dann haben die ja eine gewisse Strahlkraft und bekommen Angebote. Und die wachsen ja auch mit den Jahren. Und durch ihr Wachstum ist es natürlich so, dass sie bessere Angebote bekommen und dass sie dann eben, ich sag jetzt mal so salopp, bei den besten Angeboten zuschlagen und dadurch eben zum Beispiel alle ein, zwei Jahre einen neuen Sponsor haben und meistens mehr bekommen. Es ist aber auch so, dass viele Influencer natürlich naiv sind und glauben, jetzt wird da alles viel besser oder da ist alles komplett anders und dann wechseln die und dann merken sie, oh, nee, ist ja irgendwie dasselbe Spiel, nur jetzt ist halt irgendwie der Ansprechpartner und ein anderer und das Produkt, was ich in die Kamera halte, ein anderes. Es ist auch so, dass viele Unternehmen Influencer anheuern und eine gewisse Erwartungshaltung haben, die nicht immer realistisch ist und dann bringen die Influencer nicht das, was das Unternehmen gerne hätte. Also es ist ja immer, es muss immer eine Win-Win-Situation entstehen, weil sonst ist ja Almosen verteilt, egal für welche Seite. Also beispielsweise The Rock, auch wenn er jetzt vielleicht den Galenicus und Maximus voll geil finden würde, würde sich jetzt nicht von uns sponsoren lassen, weil er sagt, Jungs, ihr seid zwar coole Dudes, aber ich habe einen gewissen Marktwert und ihr könnt es nicht annähernd mir bezahlen. Daher mache ich halt lieber mit MyProtein jetzt den Vertrag. So, vollkommen verständlich, warum The Rock sagt, ich will im Monat beispielsweise, weil es jetzt fiktiv, 5 Millionen und MyProtein kann das zahlen. Dann ist es Augenhöhe. Das ist Win-Win. The Rock gibt seine Reichweite, seine Dienstleistung her und MyProtein gibt Geld und das tauschen die dann. Und dann ist das eine Win-Win-Augenhöhe. Er bekommt das, was er wert ist. MyProtein sagt, er ist uns 5 Millionen wert und The Rock sagt mir, sind 5 Millionen wert, dass ich jetzt immer den MyProtein Shake in die Kamera halte. Also das ist Win-Win-Augenhöhe. Und wenn diese Augenhöhe nicht da ist, dann gehen diese Kooperationen eigentlich immer auseinander. Das ist so ganz typisch. Und die Augenhöhe, die macht halt immer aus, was bekommt der Athlet und was liefert der Athlet. Also es geht jetzt nicht um die Unternehmensgröße, sondern wenn, also ich bin nicht von Nike gesponsert, aber wenn Nike jetzt eben sagt, okay Marcel, das ist uns irgendwie 1000 Euro wert, dass du jetzt in jedem Podcast immer unsere Sachen trägst, dann ist es halt der Wert, den die meiner Arbeit oder meinem Mehrwert anheften oder denen, die darin sehen. Und wenn diese Werte nicht mehr zusammenpassen, dann geht es meistens auseinander. Und das sind eigentlich so, würde ich sagen, weitestgehend die Gründe. Ja, mir fällt kein weiterer ein. Ja, das hast du auch ausführlich beantwortet. Und was noch dazu kommt, euch ist Glaubwürdigkeit komplett scheißegal. Ihr scheißt da komplett drauf. Würdet ihr nicht drauf scheißen, dann würde diese Reise nach Jerusalem nicht stattfinden. Weil dann hätten die Angst um ihre Kredibilität, um ihre Authentizität. Aber das müssen sie nicht haben, weil ihr scheiß drauf. Euch ist komplett egal, ob der heute sagt, Rockstar Energy, Beste der Welt, immer schön trinken oder morgen. Ey, nur noch Mineralwasser. Ja, nicht diese Energy-Kacke da. Ihr scheißt drauf. Euch ist egal. Und deswegen können die das so machen. Wenn ihr jetzt sagen würdet, ey, wo ist die Credibility? Was sagt ihr heute so, morgen so? Was ist das denn? Du hast doch gesagt, dreimal pro Woche 20 Minuten, jetzt Essstörung, vier Stunden Training. Hä? Hä? Ihr scheißt drauf. Hä? Will nur noch Qualität und jetzt irgendwie wieder mit Dulli? Euch ist egal. Und daher machen die das so. Wenn es euch nicht egal wäre und die, die entsprechende Resonanz bekommen würden, würden sie es nicht machen. Nächste Frage. Welche Musik hört ihr beim Training? Danny? Gemischt. Also ich kann das gar nicht so konkretisieren. Ich habe halt Spotify. Spotify, da kannst du ja deine Lieblingssongs, kannst dir Playlists machen. Das ist so super, super. Möchtest du deine Playlists teilen? Ich kann meine, das Ding ist, du hast ja diese Lieblingssongs bei Spotify und da packe ich ja alles immer rein, gib es ein Herzchen, das sind deine Lieblingssongs, finde ich auch cool. Das Doofe ist bloß, wenn du jetzt das freigeben willst, musst du ja nochmal eine extra Playlist machen und musst das dann da reinschieben. Das wollte ich immer mal machen, aber weil es bei Garnicus so viel zu tun gibt, kam ich bisher nicht dazu. Jetzt habe ich ja ein paar Tage Urlaub, vielleicht mache ich dann mal eine Playlist und stelle die euch zur Verfügung, aber ich höre da meine Lieblingssongs oder höre auch mal so Playlists, die jemand anderes macht. Finde ich auch manchmal ganz cool, einfach da so reinzuhören, aber ich höre primär jetzt mittlerweile wieder sehr, sehr viel Rap, sowohl Englisch als auch Deutsch. Ich bin gerade so ein großer Drill-Fan, auch so UK-Drill, finde ich cool. Das schiebt auch so gut im Training, finde ich immer. Also keine Ahnung. Diesen Tyrone Wayne finde ich cool, Abracadabra, ich weiß nicht, ob das den meisten was sagt, aber bestimmt haben die das schon mal gehört, finde ich cool. Aber sonst auch so. Drill-Fans kennen das. Ja, die Drill-Fans kennen das auf jeden Fall. Und ansonsten auch, ich höre auch Rock oder Metal und sowas. Das ist so, früher war ich da immer, ich höre Rap, ich bin Hip-Hop. Jetzt mittlerweile höre ich auch mal Trance oder so, wenn das Lied cool ist. Das ist eigentlich so wie beim Alkohol. Wenn ich Bock habe, jetzt gerade diese Musik zu hören, dann höre ich die. Früher war man immer so super dogmatisch und absolutistisch, dann hat man gesagt, das höre ich nicht, das esse ich nicht, das trinke ich nicht, das mache ich nicht. Ich mache partout nichts mit Menschen, die diese eine Art und Weise verteidigen oder irgendeine Sache auf die Art und Weise sehen. Jetzt mittlerweile sagst du dir, ja gut, ob der jetzt Bayern München Fan oder VfB Stuttgart Fan ist, ist mir egal, wenn wir jetzt gerade abends essen gehen. Da muss man jetzt nicht über Fußball reden, beispielsweise. Und so ist es auch bei Musik. Alles, was so gut ist fürs Training, das höre ich, was schiebt, was ich halt so nicht mehr kann, ist irgendwie so ruhige Sachen. Das pusht mich dann nicht. Es gibt ja so Leute, die sind da so, die brauchen irgendwie was Ausgleichendes. Ich hatte ja neulich da den Sammy von den Broilers im Podcast. Der hat gesagt, er hört teilweise auch Klassik, wenn er ins Training geht. Das kann ich an seiner Stelle voll verstehen. Ja, das schon, aber das wäre für mich jetzt gar nichts. Und da sieht man dann, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Für mich so Klassik im Training, das hat für mich, habe ich glaube ich auch im Podcast gesagt, sowas Hannibal Lecter-mäßiges. Da fühlst du dich wie ein Serienkiller, so ein Psychopath, der gerade so sich auf die Suche macht, wen er als nächstes erlegen kann. Aber ja, so um die Frage zu beantworten, sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich bin gerade im Jahr 2020 großer Drill-Fan. Und auch so Pop Smoke, schade, dass er nicht mehr da ist, fand ich richtig cool. Also ich höre gar keinen deutschen Rap. Also das höre ich allgemein gar nicht mehr. Ich habe das, also als ich jung war, habe ich das gerne gehört. Mittlerweile komplett gar nicht mehr. Ich bin da raus. Was ich so bei Deutschrap mag, ist so die unterhaltsamen Geschichten, die dann auf Rap-tastisch nachzulesen sind. Rap-check. Ah, nee, das ist mir dann zu viel, also so intensiv konsumiere ich das nicht. Aber das werden immer die heißen Storys am Start. Ich gehe immer mit auf Rap-tastisch und dann scrolle ich immer runter und dann ist ja dann immer der Screenshot, wo du da siehst, okay, ist es jetzt heiß oder nur irgendwie doch wieder eine Überschrift. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, wenn jetzt irgendein Deutschrap-Lied cool ist, dann höre ich es auch gerne mal. Aber ich verfolge, also da muss ich jetzt mal hier ein bisschen ausholen. Da hatte ich dir gestern schon gerantet, dass mir Spotify, ich höre wirklich ganz, ganz wenig deutsche Musik, aber mir werden immer diese deutschen Playlists vorgeschlagen. Das nervt mich richtig. Ja, also bei Apple Music ist noch schlimmer, was da einem vorgeschlagen wird, aber bei Spotify denke ich immer, die haben eine KI, aber so intelligent kann die KI nicht sein. Shisha-Club und was, ich habe noch nie, ich klicke da nicht mal drauf. Und das wird mir immer angezeigt. Und da, also mal, falls hier irgendwie einer von Spotify zuhört, ich würde es begrüßen, wenn das noch individueller gestaltet werden würde. Ich habe eigentlich so, also ich habe ja zwei Playlists, die sind öffentlich, den könnt ihr folgen. Das ist einmal Galenicus Gym Blaster. Da haue ich immer so die neuesten Ami-Rap-Tracks rein, die ich gerne beim Training höre. Das ist jetzt auch nicht irgendwie nur von Rap-Kaviar kopiert oder so, sondern das sind dann auch Sachen dabei, die sind dann schon relativ unbekannt. Also nicht nur... Pflegst du die noch? Ja, immer noch. Immer noch up to date. Ihr müsst nur bei Date Added das richtig einstellen, weil sonst wird euch das erste Lied von 2016 oder so angezeigt. Ich bin ja, also so wie ich im Leben immer nach dem Versuche, so im Hier und Jetzt und Zukunft, so ist auch bei der Musik immer der aktuellste Drip. Daher, ich höre auch nicht gerne alte Musik, es sei denn, die Musik ist für mich neu, weil ich sie nicht kenne. Also ich höre auch gerne alte Soul-Sachen aus den 60er, 70er, 80er, super gerne, aber das ist für mich halt neu, weil ich in den 60ern nicht gelebt habe und keine Musik gehört habe. Höre ich aber nicht beim Training, sondern das höre ich dann einfach so beim Arbeiten, beim, weiß ich nicht, Aufräumen oder sonst irgendwas. Da höre ich gerne so Soul-Funk, Disco, solche Sachen. Super, super gerne. Auch gerne dann ältere Sachen. Beim Training habe ich eigentlich so, kommt drauf an, was ich mache oder was ich brauche. Wenn ich so pulsieren brauche, dann höre ich Elektro. Das finde ich einfach, gerade oftmals zum Beispiel beim Laufen, also wenn man einfach so lange joggt, finde ich pulsierende Musik richtig gut. Oder bei so Spinning, gibt es auch so Spinning-Kurse, war ich jetzt schon länger nicht mehr, aber jetzt, wo ich wieder in Berlin bin, werde ich das mal wieder machen. Eine Stunde so auf dem Bike, das ist auch meistens so Elektromusik. Finde ich gut, dieses Treibende, finde ich, passt dann für mich immer sehr, sehr gut. Dann höre ich gerne Metal, aber ich bin auch eher so New Metal. Es gibt so auf Spotify die Playlist New Core, so in die Richtung. Ich kann da auch mal so ein paar Interpreten nennen. Ich habe auch so, also ich habe viele Playlists auch von mir erstellte, aber nicht alle sind öffentlich, weil ich sage halt zum Beispiel bei so Metal. Also ich bin da schon so im Game, ja, also ich höre dann da Crystal Lake und solche Sachen, die die Musikrichtung hören, die kennen das und können das dann einordnen. Oder Outloved, solche Sachen finde ich auch cool. Aber ich sage jetzt halt nicht über mich, ich bin dort so, das ist so wie zum Beispiel Supplements, bin ich Experte. Wenn es jetzt aber um, keine Ahnung, Lebensmittelproduktion geht, bin ich schon auch so ein bisschen im Thema, aber ich bin jetzt nicht der Experte. Ich bin Supplement-Experte. So ist es auch dann bei Musik, so bei Metal oder Elektro bin ich halt nicht Experte, auch wenn ich wahrscheinlich dort schon gar nicht so wenig am Start bin. Metal-Sachen höre ich gerne beim Training, wenn es so viel um Kraft geht, weil dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, das gibt mir halt so Energie. Und deswegen höre ich das dann gerne so. Crystal Lake, Watch Me Burn, zum Beispiel, das ist so ein Track, höre ich super gerne, wenn es so schwer zur Sache geht. Und dann, ja, höre ich natürlich auch so Ami-Rap gerne so, ja, bei allen möglichen Art von Training. Da kommt es ja dann auch immer drauf an, so bei Elektro ist es für mich so diese Energie, das Pulsierende, bei Metal ist es auch die Energie, muss ich jetzt sagen, textlich ist es so, ganz viele sind ja so Liebessongs auch und das ist mir dann so ein bisschen egal oder auch viel Hass und so, da geht es mir dann gar nicht mehr so sehr um das Text, textliche und dieses, wie heißt denn das, diese Art, das ist ja nicht schreien, aber die ist, so dann versteht, also gerade wenn das dann auch auf Englisch ist, ich verstehe, auch auf Deutsch verstehe ich das nicht immer, ist halt so die Energie. Und jetzt bei Ami-Rap, da ist es dann halt wirklich so, der Flair würde jetzt sagen, so der Swag, der Drip, wo ja dann schon auch der Text mit dabei ist, ja. Ja, das ist eigentlich bei mir so, was ich höre. Ich kann, weil jetzt bestimmt viele Fragen werden, ich kann auch mal die anderen Playlists von mir veröffentlichen. Ich sehe auch gerade, die Galenicus Gym Blaster Playlist, die ist eigentlich echt, hier, 4000 Likes, also Follower, Spotify Follower. Und was ich halt auch oft höre, muss ich ganz klar sagen, gerade wenn es so ein klassisches Pump-Workout ist, höre ich auch viele Podcasts. Also ich habe da kein Problem, Podcasts zu hören beim Training. Ich zähle meistens sowieso nicht meine Wiederholungen, weil ich einfach alles gebe. Daher höre ich gerne Podcasts, nur es gibt dann so, zum Beispiel beim Kreuzheben oder so, da muss ich dann auch den Podcast stoppen. Aber jetzt so bei Bizeps Curse oder so, da höre ich dann Podcasts. Hörbücher, nur bei klassischem Cardio, was ich jetzt nicht so oft mache. Aber dann höre ich gerne auch mal Podcasts dort oder Hörbücher. Gerade in Dubai war es so, da war es dann zum Schluss so warm, da bist du dann nicht mehr raus zum Spazieren. Und dann bin ich aufs Laufband laufen, leichtes Joggen und dann habe ich Hörbücher gehört. Weil Hörbücher ist ja dann auch so, da mache ich dann auch Notizen etc. Und wenn ich jetzt so beim Training Hörbuch, dann müsste ich dann da immer rein, meine Notizen schreiben etc. Und das würde mich, würde so diesen Trainingsflow zu sehr ruinieren. Ich habe noch eine Frage auf der Liste. Ihr macht seit 2016 die News. Gut, Marcel ist jetzt mittlerweile nicht mehr dabei, aber er hat sie damals 2016, es war 2016, stimmt das, was der da sagt? Ja, ich meine ja. Ja, also ihr macht seit 2016 die News auf YouTube, aber ein ähnliches Format gibt es bis heute nicht. Warum? Fragezeichen. Es müsste ja auch für andere ein leichtes sein, die Kamera anzumachen und die neuesten Themen in der Szene zu behandeln. Also ich würde mal das kurz so aus meiner Sicht sagen und dann kannst du das so aus deiner Sicht sagen. Ich habe ja jetzt Erfahrung mittlerweile auch in dem ganzen Ding. Genau, also Grund Nummer eins Faulheit. Die meisten haben halt keinen Bock, weil es ist Arbeit. Konstant Arbeit. Ich weiß noch, als ich das angefangen habe mit den News, ich habe dann wirklich so über ein Jahr jede Woche eine Folge gebracht, außer irgendwie, dann gab es eine Woche, das war keine und das war, weil da irgendwie Silvester dann war oder so. Sonst immer, immer abgeliefert. Und dann auch die Jahre danach echt schon sehr, sehr konsequent das immer gemacht. Das ist so das eine. Also die meisten, die haben halt dann keine Lust, diesen langen Atem an den Tag zu legen. Grundsätzlich ist es ja so, mit Social Media Content zu erstellen, das ist so, die Hürden sind heute super niedrig. Wenn man sich überlegt, jeder kann jetzt sich irgendwie einen Photoshop cracken, runterladen oder hier, wie heißt es, Adobe Premiere ist für Video. Selbst Cutter, die richtig ihr Geld damit verdienen, haben das nicht im Original. Glaubst mir. So. Das ist so nicht das Problem und auch Handy. Also ich nehme hier, Podcast, nehme ich mit dem Handy auf. Dieses Mikro, Rode Mikro, was kostet das? 30 Euro? Nein, 150 Euro. Okay. Ja, okay. Das ist jetzt ein bisschen mehr, aber das sind jetzt keine Hürden, die jetzt nicht genommen werden können. Ja, also wenn ich jetzt da sehe, weiß ich nicht, was für Felgen der eine oder andere hat oder was für ein Handy oder mittlerweile irgendwelche Balenciaga-T-Shirts, die kosten mehr als dieses Mikrofon. Ja. Also die Hürden kann man schon nehmen, aber das ist dann halt Arbeit und die Arbeit, die wird gescheut, das ist das eine. Das andere ist, das ist jetzt so eine Komponente, da spielt die Zeit für uns. Wir bewegen uns jetzt seit 2000, also 2013 habe ich mit Garnikus angefangen, Danny ist seit 2014 mit dabei. Ja, das ist jetzt halt eine echt lange Zeit. So, und in dieser Zeit lernst du, haben wir alles mögliche kennengelernt und ihr merkt ja, man hat so super viele Anekdoten, Einblicke, etc., etc. Jetzt ist ja auch so, wir haben ja schon so ein bisschen eine besondere Historie, dadurch, dass wir ja mit allen zusammengearbeitet haben. Also es gibt so fast keinen, den ich persönlich nicht getroffen habe oder auch über den ich nichts weiß, weil auch wenn ich oder Danny den nicht getroffen haben, dann kennst du halt, weiß ich nicht, den Athleten, der bei der Firma war oder der Athlet, der den Athleten kennt und so weiter. also du weißt so immer Bescheid und wenn jetzt jemand neu anfängt, dann ist es ja jemand, der nur dieses Konsumentenwissen hat. Er hat jetzt nicht mehr diese echten Insider-Szene-Kenntnisse, sondern er hat halt nur das Konsumentenwissen. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch, letzte Woche war das, glaube ich, hatte ich mit dem, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, hier wegen den Markenrohstoffen. Weißt du noch? Ja, wegen mir. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der das mag. Ich hätte jetzt damit kein Problem, aber ich weiß nicht, ob der das mag. Aber da habe ich dann halt auch wieder gemerkt, ja, okay, also der hat halt so diese Konsumentensicht und der ist da so ein bisschen, wie sagt man, wenn man so einem Bock aufspringt oder weißt du, wenn du so etwas glaubst, was so nicht wahr ist. Ja, ja, ist so ein bisschen illusionistisch. Ja, genau, so ein bisschen naiv, ja, naiv, so. Und ich würde das, manchmal ärgere ich mich, es gibt immer so coole deutsche Sprichworte, aber ich weiß die immer nicht. Die würde ich gerne immer so bringen, weil dann weiß jeder, was damit gemeint ist. so. So, und jetzt ist halt schon mittlerweile so, dass wir dann natürlich schon echt so sehr, sehr viele Infos haben und dann vieles einfach, wir können halt euch so ein bisschen mehr drumherum erzählen, als jemand, der dann nur irgendwelche Instagram-Postings oder YouTube-Videos anschaut. So. Wenn jetzt zum Beispiel ein Athlet wechselt zu einer anderen Firma, ja, dann wird schon auch mal uns irgendwie gesagt, ja, der bekommt jetzt anscheinend das und das, davor hat er das bekommen oder ja, der ist da rausgeflogen, weil er einen positiven Doping-Test hatte, solche Sachen, ja, und das sagt halt, so authentisch sind die alle nicht, ja, dass die das euch immer sagen würden in ihrem Social-Media-Content, so. Und dann können wir euch halt ein bisschen mehr drumherum, wir können halt so mittlerweile viel drumherum erzählen und ich würde jetzt sagen, das ist so mittlerweile ein Wettbewerbsvorteil. Also wenn jetzt ein Neuer kommen würde, ich hätte da nichts mal was, nicht mal was, ich würde es mir angucken, würde es so, fände es so interessant, okay, was ist das für ein Typ, ist der jetzt auch so hungrig, wie ich damals war, etc. Wir haben ja mit nix angefangen, ja, wir haben ja mit nix angefangen und dementsprechend fände ich es immer interessant, wenn da ein Neuer kommt. Finde ich ja, ich finde solche Menschen ja geil, die versuchen wir ja immer mit in unser Team zu holen, die, die ambitioniert sind, die Passion haben. Ja, ich denke mittlerweile ist dieser Wettbewerbsvorteil dann so ein bisschen, ja, spielt dann uns in die Karten und jetzt ja auch so, die Leute haben vielleicht gesagt, ja, Marcel, der hält das nicht für immer durch, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht für immer durchhalte, aber es gibt jetzt halt andere Aufgaben, wo ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn ich mich darauf fokussiere, aber ihr habt halt nicht, ihr habt nicht verstanden, dass ich halt all die Jahre nicht irgendwie auf dem Ego-Trip war, sondern dass ich natürlich immer versucht habe, geile Leute um mich herum zu haben und die dann auch, Dinge übernehmen und das ist jetzt halt in dem Fall mit Danny passiert. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass das Ganze auch noch von jemand anderem ja weitergeführt werden könnte. Ich glaube, dass das, was du gesagt hast. In gleichbleibender Qualität oder sogar noch besser. Das will ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, das hat dann sowohl Vor- als auch Nachteile und so seinen eigenen Charme, je nachdem, wer das dann macht und wie das gemacht wird. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt ist schon das, was du gesagt hast mit dem Szene-Wissen, mit dem Insider-Wissen, nicht nur das zu haben, sondern das dann auch zu sagen, ohne Angst zu haben, dass man jetzt jemandem auf die Füße tritt. Weil ich kann ja jetzt auch diese Tobias-Hane-Geschichte, das wissen auch andere Leute. Also da könnte jetzt auch ein anderer Athlet oder was auch immer ins Internet gehen, könnte sagen so, ey, ich war auch mal dort. Was erzählst du denn da für ein Käse? Also dann sag doch lieber gar nichts. Aber trauen sie sich halt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das spielt auch mit. Also du musst es ja dann auch sagen. Nicht nur wissen, sondern auch sagen und dann nicht irgendwie zu kuschen. Das ist, glaube ich, halt auch so ein Charakterding. Und du sagst es richtig, die technische Hürde ist sehr gering. iPhone hat mittlerweile jeder. Ein Mikrofon kostet nichts. Du musst jetzt auch nicht in Rode NT-USB oder hier einen Podcaster, wie ich habe, dir kaufen. Du kannst ja auch ein billigeres holen. Das ist alles nicht mehr das Problem. Ich glaube, die allermeisten Leute haben A, nicht die Konstanz, die haben sie aber nirgends. Also nicht nur dort, weil du musst ja trotzdem, wie du sagst, überleg mal, wie viele Newsfolgen da jetzt rauskamen seit 2016. Jede Woche. Jede, jede Woche. Und man merkt auch, dass die Leute das so nicht einschätzen können, wenn sie dich fragen, ja, warum nehmt ihr denn die News nicht Mittwochnachmittag auf? Dann seid ihr immer Themenaktuell. Ja, das stimmt schon, aber allein in einer Newsfolge, so wie die nachher gesehen wird von euch, steckt der Cutter einen Arbeitstag. Ja. Ein Arbeitstag geht für eine Newsfolge rauf, nur beim Cutter. Der bekommt die Files und dann schneidet der das, vertont das, rendert das und dann geht das abends online. Der kriegt das um 11 und ihr werdet, wenn ihr in der Telegram-Gruppe seid, übrigens kommt die Telegram-Gruppe, gibt es immer früher vorab-Releases, ihr werdet das sehen. Bei den News ist das so, er kommt halt dann um 18.30 Uhr circa und nicht wie der Podcast irgendwie mal um 11, vielleicht schon auch mal um 10 oder im Vormittag, weil der dann halt früher fertig ist, der muss nur synchronisiert werden. Der Cutter steckt da acht Stunden rein und das ist nur der Cutter. Da habe ich mich noch nicht auf die News vorbereitet, da hat jetzt der Chris oder damals Marcel sich noch nicht auf die News vorbereitet, da haben wir noch nicht gedreht, also das ist ja alles so und dann ist noch nichts schiefgegangen, weil jeder, der jede Woche ein bis zweimal dreht, so wie ich es gerade mache, der kann auch dann schon seine Anekdoten erzählen, dass mal Dinge schiefgelaufen sind, man musste neu drehen, man musste da irgendwelche Dinge fixen, die jetzt nicht so funktionieren, wie man es sich eigentlich gedacht hat und so weiter und so fort und vielleicht haben auch schon ganz, ganz viele Leute das mal probiert, so eine News-Folge aufzunehmen und haben dann gemerkt, scheiße, da steckt ja doch mehr dahinter, da kann ich mich jetzt nicht einfach vor die Kamera setzen und quatschen, weil sonst wird nichts Gutes dabei rauskommen und ja, ich glaube, ganz viele haben einfach, die sehen es vielleicht und haben dann nicht diesen, diese Konstanz, diesen Willen, diese Disziplin und dann ist der Mittagsschlaf wichtiger, als eine News-Folge zu machen, weil das ist schon Arbeit und da machen sich, glaube ich, dann doch viele nicht so die Vorstellungen, gerade so der, der jetzt die Frage gestellt hat, das hört sich halt, ja, es ist einfach, deine Kamera hinzustellen und ein Mikrofon zu kaufen, aber das dann halt über fünf, sechs Jahre jede Woche zu machen, das ist nicht einfach, sonst würden es mehrere Leute machen, wie du siehst, macht es keiner. Also es ist ja, zunächst einmal braucht es eine gewisse, um das vielleicht mal ein bisschen professioneller darzustellen und wenn, mit dem Wording, so wie ich es jetzt verwende, werdet ihr dann, glaube ich, auch im Kopf andere Parallelen ziehen, ziehen, es muss eine gewisse redaktionelle Arbeit geleistet werden, also der ganze Content, der muss ja gesehen werden, qualifiziert werden und dann ist natürlich auch von einem Moderator eine gewisse Arbeit notwendig und dann auch noch mal von einem Kameramann, so Cutter und das sind jetzt halt dann doch mehrere Komponenten, wenn ihr jetzt überlegt, irgendwie, keine Ahnung, ja, hier ZDF berichtet über die, über die Bundesliga, ja, es können doch auch andere beim Fußballspiel die Kamera drauf halten und Sportschau dann ausstrahlen, ja, aber das erfordert halt dann doch mehr und auch wenn das jetzt bei uns nicht dasselbe Level ist, auf gar keinen Fall, aber es ist jetzt halt auch nicht nichts, ja, und ich denke, Root of all evil bei all, bei den allermeisten ist so der Wille, Wille und, ähm, kein Bock auf die Arbeit, beziehungsweise, äh, die Arbeit und der Preis, den man dafür bezahlt, ist es ihnen halt nicht wert, die wollen dann lieber chillen oder keine Ahnung was, Mittagsschlaf. Auf jeden Fall offensichtlich nicht das, so. Ja, ja, und nicht auf YouTube stattfinden, weil das ist vielleicht auch nur so ein Punkt, ach so, ja, das ist halt, da gehst du halt ins Gehege und da ist der Löwe drin und da musst du rein wollen, weil da ist jetzt nicht bloß, ja, Instagram-Blase, ich kriege auch nur tolle Nachrichten bei mir auf dem Instagram-Profil, also, nicht ausschließlich, aber vielleicht 95 Prozent, ja, und dann auf YouTube guckst und bist du auch vielleicht mal in einem anderen Podcast zu Gast, der jetzt nicht auf deiner Plattform stattfindet, wo die Leute das wissen, das kommt von dem und ich gucke mir das an wegen dem, da siehst du dann, okay, scheiße, der mag dich nicht jeder, da ist jetzt auch der ein oder andere ein bisschen kritischer und das ist ja, sorgt ja so ein bisschen für Unruhe, für Selbsthinterfragen, das muss man wollen, an sich arbeiten wollen, also Kritik sich anhören und manche wollen halt einfach in ihrer Instagram-Bubble bleiben, sich dann nochmal 30.000 Follower extra kaufen in Indien und dann halt sagen, ja gut, den ganzen Tag berieselt werden, aber du bist so krass, du machst so viel, du postest da immer den Rabattcode in die Story und machst da so krasse Sale-Aktionen und so krasse Fotos, das hört sich ja toll an, aber da hast du ja selber noch nicht hinterfragt, ob das jetzt wirklich so krass ist oder ob das irgendein so ein Schaumschläger ist, der dir halt die Hand auf die Schulter klopft. Also da muss man mittlerweile schon sagen, wir sind ja da hinten, gerade jetzt auch bei der Mitarbeitergewinnung immer wieder auch mit Leuten im Gespräch, die dann vielleicht schon so eine kleine Reichweite sich aufgebaut haben und wenn wir dann immer sagen, was wir erwarten, was anscheinend viel ist, was ich jetzt gar nicht immer so wahrnehme, aber die Reaktionen die zeigen das dann, da merkt man halt schon, wie Danny sagt, dass da viele lieber in ihrer Bubble bleiben und so ja, die einfachen Schulterklopfer mitnehmen, aber so dieses ganz, ganz große, auf die große Bühne, wo dann, das ist so, das ist wie ein Festival, ja, viele, die sind halt wie so ein kleinerer Künstler, der spielt dann so auch mal eine Tournee in so kleineren Hallen, so drei bis fünfhunderte Hallen, ja, und dann kommt er nach seiner Tournee nach Hause und dann denkt er so, ey, die ganze Welt liebt mich, ich bin der geilste, so, und bei uns ist halt so, wir sind Rock am Ring, da sind die miesesten Motherfucker aus der ganzen Welt und da sind die Fans der miesesten Motherfucker aus der ganzen Welt und da ist es dann einfach so, da sind auch Leute dabei, die finden deine Musik richtig kacke oder die kennen dich gar nicht so und das sagen die dir auch und dementsprechend ist es halt schwieriger, ab bei der Rock am Ring Bühne zu bestehen, wo nicht nur Schulterklopfer, wo nicht nur Ja-Sager dabei sind, als bei der Mini-Tournee, wo so deine Hardcore, 300 Hardcore-Fans in irgendwelchen Hinterhof-Garagen dir zujubeln. Ich glaube, das ist eine schöne abschließende Metapher. Ja, war an der Stelle ja, wie gesagt, auch die letzte Frage für heute. Willst du zum Ende hin noch was loswerden, was unbedingt raus muss? Denk dran, jetzt wird es wieder zwei bis drei Wochen dauern, bis wir die nächste interne Folge aufnehmen. Dann, dann ja und zwar suchen wir ein paar neue Mitarbeiter. Eigentlich wäre es besser gewesen, das am Anfang zu sagen, aber ich mache es jetzt. Also die eigentlich ist gut, weil die, die jetzt noch dabei sind, das sind die, die haben schon mal eine hohe Aufmerksamkeitsspanne, was die Arbeit bei uns definitiv erfordert. Daher ist es genau die richtige Stelle, damit ihr euch hier melden könnt bei uns. Also, wir suchen aktuell Grafiker in Teilzeit. Wer da richtig, richtig gut ist, also Skills, Grafik-Skills, das steht sowieso außer Frage, aber auch so gutes Gespür für Fitness, für unsere, für unsere Marke, der kann sich bei uns melden. Ich sage es direkt, wie ich es ja gerade vor fünf Minuten schon gesagt habe, das ist bei uns kein Spaziergang. Also, ihr müsst schon wirklich Bock haben. Dann suchen wir E-Mail-Marketer. Wer darin richtig gut ist, E-Mail-Marketing, auch so textlich richtig gut ist, der kann sich immer bei uns melden. Und dann sind wir auch auf der Suche nach einem Manager, also jemand, der auch so wirklich Skills hat, eine Position von einem General Manager einzunehmen, sprich Tagesgeschäft, Prozesse überwachen, Reportings erstellen, etc. solche Geschichten. Ich male das jetzt alles mal bewusst nicht so stark aus, einfach weil ich gucken will, wer meldet sich dann, wer hat so viel Common Sense, dass er das so versteht und auch Bewusstsein für uns als Firma, dass er versteht oder interpretiert, was wir benötigen. Buchhalter haben wir gesucht, suchen wir jetzt nicht mehr. Social Media, Content und Community Manager ist jetzt eigentlich auch erstmal, lassen wir erstmal. Also hast du noch eine Stelle, habe ich irgendwas vergessen? Nee, hast du nicht. Du hast noch nicht gesagt, wohin die Leute sich bitte bewerben sollen. An bewerbung at ganicus.com mit allem, was man so in eine Bewerbung reinpackt. Arbeitszeugnisse, Lebenslauf, Anschreiben. Anschreiben ist schon immer wichtig, weil da könnt ihr dann praktisch schon punkten, indem ihr so ein bisschen beschreibt, wie gut ihr uns kennt, durch was ihr uns kennt und natürlich auch so ein bisschen euch beschreiben. Also wer das gut macht, der kann da auf jeden Fall punkten. Wer jetzt da irgendwie so reinschreibt, dass er so diese Floskeln, ja ich bin selbstständig, also ich arbeite selbstständig und bin immer motiviert, also das ist sowieso. Das ist immer jeder. Niemand würde über sich sagen, ja ich bin nicht so motiviert. Freunde, ich sage, wie es ist, ich bin klassischer Mind-to-Fiver, ich mache das Gemachtes und ich mache immer Mittagsschlag. Also das schreibt ja keiner in so ein Schreiben rein. Daher eher so dieses Individuelle, nicht jetzt irgendwie so diese Floskeln, sondern das Individuelle. Da kann man auf jeden Fall bei uns punkten. Yes. Das war es dann aber jetzt. Yes. Freunde. Alles klar. Dementsprechend sind wir durch für heute. Denkt dran, immer schon interagieren mit Daumen und Kommentaren. Ihr könnt den Podcast, das habe ich glaube ich schon lange nicht mehr gesagt, auch auf anderen Plattformen abchecken, weil je nachdem, wo ihr jetzt gerade am Start seid, das weiß ich ja nicht, dieses Format gibt es auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify. Ansonsten war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Wir sind erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Salud.